Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Heute geht's weiter mit dem Abenteuer im Wilden Westen und wir schalten auf das Ingame-Bild rüber. Ich begrüße euch alle. Moin Moin. Und in Zeit, dass die Kamera so ein bisschen verschoben ist, man sieht enorm viel Hürburgring-T-Shirt. Na, wie dem auch sei, ich hoffe, ihr seid gut in den Tag gestartet. Ihr hattet gestern einen schönen Abend. Denn jetzt geht es fast nahtlos weiter hier in Strawberry. Ja, sehr, sehr bedrohlicher Name für eine Gegend. Und einige Leute sind schon am Start. Grüße euch. Und steht immer noch, Leute warten. Na, passt das? Sind wir live? Sind wir live? Hi! Ja, Hallöchen an alle, die ja schon am Start sind. Ja, wir dürften eigentlich live sein, ne? Auch wenn alles so ein bisschen komisch aussieht. Wie dem auch sei. Ja, heute war das, glaube ich, in der Tat recht pünktlich, oder? Ich schaue mal. Seit wie vielen Minuten? Na, seit einer Minute. Also ja, ich war noch bei 12.00 Uhr, als ich den Stream gestartet habe. So wird es laut YouTube. So, ähm, was haben wir zuletzt gemacht? Wir haben diesen Hof hier terrorisiert, den Braithwaite Manorhof. Nur damit wir jetzt da einen Auftrag entgegennehmen können, äh, mit Hosea. Wir haben da, äh, schwarz gebrannten Schnaps hingebracht. Und, äh, anscheinend auch ein bisschen Kohle dafür bekommen. Und unter anderem können wir auch ein bisschen mit Dutch quatschen. Kann man Taschenuhren verkaufen? Ich würde mal sagen... Okay, cool. Das ist wahrscheinlich so cool, dass ich das Spiel speichern will. Ähm, ja, ich würde einfach sagen, geh zu irgendeinem Laden in der Stadt und da wirst du die wahrscheinlich verkaufen können. Genau weiß ich es aber auch nicht. Können wir gerne heute nachschauen. So. Legen wir los. Auch passenderweise. Halsstuch am Start. Ja, sehr kollegial. Hey Grimshaw. You okay? How about you keep me company? Really, Mr. Bay? You can't? I wouldn't have. If you hadn't talked me into it. Tell me some stories. About when you was young and pretty. Before time. Ravaged you. You horrible man. Alter, was ein Arschloch, ey. Oh Gott, ey. Stell dir das vor. Du bist in der Uni. Begegnest du einem Mädchen. Erzähl mir eine Geschichte. Bevor du so hässlich wurdest. Moin Dutch, was geht's? Na, das Klärchen. Charles haben wir ja gerade noch begrüßt. Moin, jetzt bin ich mit einem anderen Thema mal zurückgekommen. Charles denkt sich auch noch, oh Gott, kann das nicht bis morgen früh warten? Wir haben keine Ahnung wie viel Uhr. Huch, wenn man zweimal nach unten drückt, kommt man ins Protokoll, alles klar. Oh, das ist ja mal cool. Hey, Reitkunst 1, das könnte man mal machen, die Herausforderung. Zwei Gegner mit einem Messer getötet, eins müsste ich noch, einen müsste ich noch killen. Andere Kleider, können wir gerne nach der Mission machen. Reiten wir erstmal in die Stadt. Wo sind wir? Dutch will wir uns ein Gespräch mit Trelawney, über diese Bounty Hunters, die kommen für uns kommen. Hopen, er kann uns wissen, wer sie sind oder wo sie kommen kommen. Okay. Und jetzt sind Sie deputaten? Was halt so? Ja, etwas so. Wenn wir nach dem Blick auf das Schöne von einem Herrscheriff, der in die Stadt gingen, Ich wusste, dass Dutch ihn ihn so spielen. Auf der Runde von einem paar Regierern, arbeiten für andere. Interessant. Hidin' in plain sight, Dutch calls it. Hmm. So, spirits seem good. In the new camp, I mean. We got some space between us and that mess now. Ain't seen no more Pinkertons for a while. There's these bounty hunters, of course, but Dutch don't seem too worried about it. Can't believe they're still coming after us. We didn't even get away with the money. Yeah, but they don't know that. Of course. Trelawney. I've only met him a couple times, but he's... He's a... I mean... Go on. Okay. Fear not. He's just a cockroach in fancy bridges. But he gets into nooks and crannies the rest of us can't. We just need to find him before he scurries off again. I think it's just up here. Kapitel 3, über 30% Fortschritt haben wir schon. Wollte nur grad gucken, ob wir auch tatsächlich die erweiterte Karte haben. Jawohl. Someone got here first. So it seems. By the looks of things, it wasn't a social call. Check the house. Warte mal, Untersuchung lieber in der Ego-Sicht. Oder es wurde im Rahmen der gesamten restlichen Verwüstung kaputt gemacht. Ja gut, wer braucht das Adler-Auge schon, wenn man Hinweise auch so findet? Aber irgendwas zum Aufheben, Moment mal. Vielleicht auch nicht. Hiermit wird zertifiziert, dass der Halter von bla 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 vielen Aktien der oben genannten Gesellschaft ist, den Bestimmungen des Memorandums und der diesbezüglichen Gegenstände unterliegt und dass der Preis von einem Dollar für jede der genannten Aktien bezahlt wurde. Hm? Und die nehmen wir mal. Okay, und jetzt sollte ich definitiv das Adler-Auge mal benutzen. Angebrochene Schlangenöl. Oh, nehmen wir. Und nehmen wir. Konnte ich nicht den Schrank nochmal untersuchen? Komm schon, bevor sie zu weit entfernen. Ihr Idiot. Sie sind hier durch den Weg gegangen. Ich schaue diese Zeit. Okay, ich glaube. Da bin ich doch falsch abgebogen. Moin moin auch an alle, die frühstort zugekommen sind. Und vielen Dank, Daddy Cool. What the? Da. Ja. Hey, look. Let's go see what those fellows have to say. What are you doing? Excuse me. Yeah. Have you seen him? We're looking for our friend. I don't think he's here. You seen a strange sort of feller? Sort of formal? Strange? Sure. Formal? No. He uses a cane. He looks a lot like this one. Yeah. Alright, you two. Where the hell is he? You both better get out of here. Come here! Große feller, mein Lieber. Who do you think you are? Oh Christ. Warum kann ich nicht rüberlaufen? Jetzt. Where is Trelawney? I don't know anything. Tell me where he is. You go to hell. You better tell me now, you son of a bitch. Okay. Okay. For Christ's sake. They took him to a cabin. Over by the cornfields. Which cornfields? Down the path there by Braithwaite Manor. Whoa. That'll do it. Alter! Ich wollte ihn nicht erschlagen. Alright. That should do it. Alles klar. Warte mal, ist es in dem Gebiet hier? Ne, wir sind sogar da, wo wir Waffen benutzen dürften. Silberring mit den Blemen, ja nice Na gut, das hat sich gelohnt Alter, wie viel Kohle die bei sich hatten Hast 50 Dollar hier bekommen Was ist das denn? Ah, das sind einfach neue Kräuter Ganz entspannt, Alex, sammle einfach nur die Dingens ein Okay, er reitet in eine ganz andere Richtung Da ist der Weg Okay Okay Moin Bumble und vielen Dank Simon, mir geht's super und wie geht's selbst? Ja Ja, ich wollte eigentlich den Hasen kriegen Wir brauchen ja nur noch zwei Stück für eine weitere Challenge OnBug, wie geht man genau baden? Ich gehe die ganze Zeit ins Wasser mit dem Aber So wirklich sauber wird er dadurch einfach nicht Ja, moin auch an alle, die frisch dazugekommen sind Ob ihr habt einen schönen entspannten Morgen oder Mittag Ja, das muss es sein Das muss es sein Ja Ja Ich werde dich weg von hier raus. Komm schon, Junge! Die Sache ist, nach dem Schack, das wird erinnert wie eine gute Zeit. Put den Mann herunter. Gentlemen. Ist das die Leute? Ich glaube so. Also bist du alive? Ja. Keine Angst, sie werden nicht so lange sein. Geh sie, Arthur. Ich kann das. Hä, was, was, was? Hä, was, was, was? Okay, einen schon mal erwischt. Boah. We got one more, Charles. Okay, einer ist noch da, okay? Over there, where the birds are. Wie ich mein Pferd hier nicht rufen kann. Alle schön im Nahkampf erledigen. Dann kriegen wir bald mehr Gesundheit. Hier schon mal nicht. Ich hab was gehört. Da! Ne, das ist der Typ, den wir vorhin hatten, oder? Jo. Hey! I see something on the ground over here. He's dumped his gear. Look around. He can't have gone far. Ach, das ist er. Ach, das ist er. He's mine! Let me take him. I'll get out of here. You have my friend. He's not your friend. I'll give you money. Be quiet. Come on. You should have taken the money. I know. I'm a fool. Shit! Uuuuh, nicht gut. Echt, die wollten sich zu zweit mit uns anlegen, alles klar. Stream ich heute Abend auch, jawoll. Ab 8 Uhr gibt es einen zweiten Stream nochmal. Uuuuh, Alter. Baden geht mal in der Stadt im Hotel, danke. Kostet das dann was, oder? Also muss man dafür dann ein Zimmer nehmen? Kostet das dann was? Wollen Janet? Ich hoffe, du bist richtig. Hier draußen liegt eine Waffe, Moment mal. Uuuuh. Ey, warte mal, das ist... Klo. Seltene Sniper. Nice. Ja, geil. Schade, dass ich mir bei der einen Mission nochmal... ...Rolling Brock auswählen konnte und nicht noch eine andere Waffe, weil jetzt haben wir eine gedoppelt. Oh, gut. Ah, warte, 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 wir gehen schon hier weg. Schau mal, hier sind... Was gibt's denn hier noch alles? Nichts. Nichts. Schade, dass man hier nicht runterspringen kann. Achso, ne, das ist nur... Ja, gut. Gut, die Waffen könnte man tauschen. Muss man aber nicht. Fast 50 Cent, danke. Das ist ja fast gar nichts. Und vielen Dank an Albert Angelo, der haut nämlich ein Penn über den Super-Chat raus. Let's go, girl. Ich weiß zwar nicht genau, was ein Penn ist, aber viel, vielen Dank dir. So, nach der Mission machen wir dann auch nochmal den Alert. Vielen, vielen Dank dir, ein dickes Herz für dich, Albert. So. Mad Fox, ich bezweifle das. Tut mir leid. Achso, gut, es kommt keine Katzen. Du okay? Ja, es ist aber... Never finer. So, who was they? They were bounty hunters. Attached to Cole Stoudemire. Okay. They weren't looking for me, per se. What'd you tell them? Not much. I told them I was an intellectual. Come down here from Oregon. Looking for a job at the University. Of course, of course, they didn't believe me. Seems you stirred up quite a hornet's nest in Blackwater. So I keep hearing. It might be best if I stay with you, gentlemen, for a while. Can't go back to that caravan now. All right, Charles. You take Trelawney back to camp. I'll catch up with you. Okay. Bounty hunters. Pinkertons. Lawmen. Everywhere we go. There's more and more civilization. Perhaps this is it from now on. We shall see, I guess. Always. Immer der Hinweis mit Rhodes. Als würde das Spiel denken, man sei richtig dumm. So. Vielen, vielen Dank da nochmal. An Albert. Da ist nochmal. Die Dingens-Bummens. Nicht weiter als 30 Fuß. Das sind etwa 10 Meter, ne? Gut, das habe ich nicht geschafft. Und ja, ohne Gesundheitsgegenstände. Leider, leider auch nicht. Das passt schon. Ja. Ich denke, das ist eh immer, damit man es nochmal dann nachträglich spielt. Insofern easy. Gehen wir uns mal waschen. Ja. Wenn ich es schaffe, mich zu duschen vor Red Dead Redemption Aufnahmen, dann schafft es ja wohl auch hier der gute Arthur. Es sei denn, hier gibt es kein Hotel. Gehen wir mal zum Gewichtwarnladen. Leute, gibt es überhaupt kein Hotel oder was? Okay. Ja, moin auch Smoothie. Ja, unser Dexter ist mittlerweile, ähm, ein wenig, ich habe dem Müssen Freizeit gegönnt. Allerdings sind wir mit unserem ungarischen Halbblut unterwegs. Was? Mal kommen. Ja. 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 Ja, wenn du hier schraubst, dann warst du. Ja. 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 Lass die Leute nicht alles wissen. Der Saloon ist das Hotel. Vielen Dank. Alter. 450 Dollar. So. Ich gehe mal davon aus, die ganzen Wertgegenstände. Okay, akzeptiert er nicht. Ist klar. Gehen wir mal zum Büchsenmacher. Vielleicht akzeptiert der das Ganze. Ah, vielleicht zum Healer gehen. So, Waffenupgrade habe ich gerade gelesen. Ja, eigentlich habe ich schon ziemlich... ziemlich ordentlich aufgerüstet. Das Lancaster-Gewehr könnte ich eventuell mal ein bisschen aufrüsten. So, warte mal. Alter, hier sind ja überall fremde Personen. Was geht denn ab? Das Saloon ist geschlossen. Gehen wir mal zum Healer. Vielleicht können wir da unsere ganzen Wertsachen verkaufen. Ich weiß nicht, wo das Gerücht herstammt, aber man kann Red Hat Redemption 2 auch ohne PS4 Pro spielen. Also du brauchst nur eine PS4. Na komm, Respekt zollen. Gut, ich stürm da mal nicht rein. Nein. Ich stürm da mal nicht rein. Ich habe nie gedacht, dass niemand mich mit dieser fett Frau hattet. Ich habe nie gedacht, dass niemand mich mit dieser fett Frau hattet. verkaufen, oder? Okay, hier kriegt man das Ganze verkauft. 300 Dollar für den kleinen Goldbarren. Nice, wir sind reich. So, hier verkaufen wir mal alle. Scheinbar findet man das oft genug. Guck, auch hier. Du trägst einen von 30 bei dir. Boah, Leute, ey, also ich würde fast sagen, den Goldbarren, den behalten wir, aber ich finde das Ding einfach geil. Wisst ihr, was ich geil fand in Resident Evil 4, als man die ganzen Schätze kombinieren konnte? Das war ein geiles System. Da gab es zum Beispiel eine Statue, so eine goldene Statue, mit drei Löchern drin. Und eins war vielleicht viereckig von den Löchern und zwei waren rund. Und da konntest du dann dementsprechend auch runde, beziehungsweise viereckige Dinge ins Reintun. Und dann wurde der Wert nochmal gesteigert, im Vergleich zu den Einzelverkaufspreisen. Alter Falter! Äh, Gasmovie, ich glaube, 18 Stunden haut gut hin. Gemahlener Kaffee. Ja, diese Arzneien, die sind an sich schon ganz cool, aber die bringen dir nur halt situativ was. Die bringen dir halt nachträglich nichts. Ne, das Bild werde ich sicher nicht verkaufen. Alter, der Goldbarren! Der Goldbarren! Ja, was kann ich denn alles kaufen? Herstellen? Oh, warte mal, das legendäre Bärenfell, was kann man damit machen? Rabenklauen-Talisman. Was, was kann der Rabenklauen-Talisman denn machen? Verringert die Abnutzung aller Waffen dauerhaft um 20 Prozent. Das ist alles geil. Kann man mal machen. So, kaufen. Tomahawk, Dynamit, Boden. Haupttierköder. Ja, das ist ein bisschen, jetzt im Vergleich zu den Geschäften, wo man Sachen kaufen kann, ist das ein bisschen unschön gelöst. Ähm, denn... Könnte man Dietrich kaufen? Zielsuchende Tomahawks. Alles klar! Flinten-Brandschrot. Alles klar, also es gibt echt richtig viel gutes Zeug hier. Wir nehmen mal jede Maske mit. Ich würde mal sagen, als allererstes gucken wir uns mal die Psychomaske jetzt an. Warum hat er wieder keinen Hut? Alter! Ja, warte mal, warte mal. Ich gucke mir doch mal die anderen Sachen alle an. Ha! Ach, ohne Sackmaske. Das! Sieht gruselig aus, ja. Ja, hier, ein Batman, äh... Wie hieß das nochmal hier? Batman Begins war es, glaube ich. Ja, Henker ist auch ganz cool, aber... Nehmen wir die andere Maske. Ob die Psychomaske passt. Die erinnert halt auch mega an... Wait, 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 was? Und wo setze ich die Maske auf? Eine Kamera gibt's auch. Oh. Alles klar, Psychomaske. Erinnert auch so ein bisschen an einen Charakter aus, äh... ...der Purge-Serie. Ja, genau, Scarecrow. Genau, das ist es. Batman Begins war es, glaube ich. Der erste Film von... Christopher Nolan? Christopher Nolan müsste es sein. So, ab geht's zu den fremden Personen. Und später machen wir nochmal das, was ich gestern machen wollte, aber... ...die Bahn kam nicht pünktlich. Nämlich eine Person auf die Gleise binden. Und mal gucken, was die Züge machen. Mal gucken, ob wir die... Mal gucken, ob die schnell genug reagieren können. Hi. In dieser Stadt gibt es ziemlich große Glocken. Mal gucken, was du willst. Bist du okay? Bist du, ich kenne okay? Nein. Du kenne krass. Krass. Schau, Mann. Neugierbar. Ich war nicht so, ich war nicht so, ich war nicht so. Ich war immer ein Junge. Jeremiah Compson. Compson Stead. Good für dich. Wenn das nichts zu sagen. Sie haben alles von mir gemacht. Wer macht? Sie. Und was haben sie genommen? Meine ganze Leben. Eine ganze Weise zu leben. Eine ganze Arbeit. Ich habe viele Dinge. Aber das ist viel zu kaufen. Look at mich hier. Leben in der blöde, in der blöde. Ich bin sorry. Meine alte Haus. Das Haus, mein Vater gebaut. Es ist alles verletziert und verletziert. Reposiert durch die Bank. Ich bin sorry zu hören. Ich sollte eine andere Leben leben. Ich auch. Wenn ich nur meine alten Sachen zurückkehlt. Personal mementos. A Watch. Eine alte Pistole. Meine Lecker. Wo ist diese Haus wieder? Comsonstead. Es ist nach der Scarlet Meadows. Bank says, ich kann nicht nachher. Ich bin in der Nähe von Aris Field. Wenn ich das so weit weg bin, ich kann sehen, was ich kann. Gute Laune! Gehen wir mal weiter, vielleicht hat der Saloon... Vielleicht macht der Saloon bald auf. Bin ich an so viel Geld gekommen, Mission gespielt und gerade sehr viel Zeug verkauft. An den Heder. Frage ist halt, ob der Saloon die nächste Zeit überhaupt aufmacht, wegen der Schießerei letztens hier. Momentan geschlossen. Das war's für mich. Ich habe eine Verkaufnahme. Was hast du trinkt, Mister? Nichts, Sir. Nichts. Warum bist du so strange? Ich will nicht. Ich bin sorry für eine Verkaufnahme. Wie könnte ich mich verkaufnahme? Ich habe keine Ahnung. Aber ich hatte keine Ahnung, wie ich die letzten Leute verletzten. Und sie verraten meine Wagen aufgrund meiner impudenz. Verraten deine Wagen für Backchat? Sie haben nicht meine Medikation, ich glaube. Ich helfe Leute. Und das war nicht populär? Ich war unterdrücklich in der Wagen. Oder ich war zu coloreden. Oder ich war irritiert in der Natur. Oder ich war ein know-it-all, big-city-slicke-hitter, die gemein, ein guter Boas von meinen schönen Worten. Das war meine Verkaufnahme, war eine Art von Conjunktur. So, sie unterdrücklich mich. Das ist nicht sehr nett. Das war meine Impression. Still, compared to the gutten, castration, defenestration, und crucifixion they offered me, I felt I got off lightly. An imaginative bunch. Yes. But... No great love for my medical practice. Too free with my wisdom and services. Which way they go? Down the road? Down the way. Stay here. I'm sorta forced to. Please, don't go to any trouble on my account. Mhm. Hahaha. Ja, süß, ne? Und vielen Dank an der Stelle. Are you looking for that fellow's wagon? I heard them say they was taking the two Macombs in. Okay. Thanks. Vielen Dank an der Stelle an Chris. Der haut nämlich vier Euro raus. Immer nimmt die Gebühren ein. Dinges Herz für dich, Chris. Und schreibt, du bist absolut korrekt. Weiter. Vielen, vielen Dank dir mein Lieber. Weiter geht's definitiv. So, wo ist denn unser ungarisches Halbblut? Ich kenn einen Ungarn, deswegen würde ich das Pferd fast Dani taufen. Oder Daniel. Wenn's jetzt schnell ist, dann wird's vielleicht auch passen. Und vielen Dank auch an Jonas. Da relaunche ich auch grad nochmal direkt. Der haut nämlich drei Euro aus. Immer nimmt die Gebühren. Wünsche einen schönen Tag. Erstmal meine letzte Geldspelte. Aber mach weiter so. Auch für dich ein dinges Herz, Jonas. Vielen, vielen Dank. Und auch dir einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, du hast viel Spaß hier beim Stream. Bei den Streams. Ja. So, und weiter geht's. Mann, das heilst du. Ich will da keinen festen Knoten oder so machen. Das rutscht halt aber trotzdem immer wieder dann ab. So. Ja, und wenn euch der Stream gefällt, eine Donation ist natürlich nicht der einzige Weg hier zu unterstützen. Ein Däumchen nach oben hilft auf jeden Fall weiter. Und alle neuen auf dem Kanal, haut gern ein Abo raus, denn hier verpasst ihr auch nix zu Red Dead Redemption 2. Und wir sind aktuell auf einer Mission, nicht nur in-game, sondern auch die 100.000 zu erreichen. Und wir sind bald da. Vielleicht heute diesem Jahr noch. Das wär nass. Also die Stimmung ist hier mal wieder richtig, richtig geil eingefangen. Das letzte Mal, als wir hier durchgeritten sind. Dämmerung. Ein wenig sonnig, aber... Es war halt schon richtig, richtig bedrückend. Und jetzt ist es anders bedrückend. Jetzt ist es neblig bedrückend. So, wenn ich Hasen sehe, muss ich die unbedingt erwischen. Hm? Ich finde es interessant, dass die Open World immer noch so spannend ist. Ich vermute einfach mal, weil die so abwechslungsreich ist. Hey, 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 hey. Alter! Nice! Egal, wir sind in Deckung. Was geht denn ab? Nur weil ich zu Ende sprechen wollte. Hey, keiner! Geh weg! Noch Leer in! Und alle höre. Ihr müsst das Pferd weg. Für die Deckung, Mann. Jawohl und vielen Dank für 100 Däumchen, Leute. Alter Falter. Warten wir erstmal das Pferd nochmal rufen. Komm, Herr Kleiner. Alles cool. Hm. Alles cool. Alter, der Matsch. Jo, wie da aber auch Wasser reinkommt, ne? Wie nice ist das denn? Ey, das Game hat halt einfach wirklich mega geile Details. So. Das ist der Wagen, oder wat? Jetzt muss ich auf jeden Fall mal baden gehen, ey. Nimm den Matsch. Bin ich böse oder gut? Im Wilden Westen gab's kein Gut. Aber ne, ich besuche halt hauptsächlich schon... Steige auf den Wagen. Was, 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 was? Ähm... Ja. Okay, jetzt. Jetzt hat das Spiel es gerallt. Nice. Jo. Okay. Na, alles klar. Nein, wo ist mein Pferd? Verdammt. Really? Oh, ich hab meine Gesundheitsanzeige nie so genau im Blick. Jetzt ist mir aber auch ein Wegpunkt mal endlich markiert. Ah. Na gut, das könnte weiterhelfen. Also an Gamesuchten ist, äh, tatsächlich nichts... ...flamendes oder hatendes dran. Aber, äh, ja. Ordentlich gesuchtet. Ben, w�데... Jo, boi! Jo, boi! Oh! Jaw, boi! Oder in Steven? Ach, der Typ auf der Kutsche ist auch noch böse, oder was? Der Wagen... Was? Der Wagen wurde zerstört. Alles klar. Moin, Arma. Ja, nice. Aber dann, Hauptsache ein Checkpoint, der mich noch weiter nach vorne setzt, als ich ohnehin schon war. Oh, wehe. Das ist wieder so einer... Okay, nee. Der ist friedlich. Hier könnte ich die Ego-Perspektive gebrauchen, weil, ganz ehrlich, mit der Kutsche vor dir, du siehst halt nix. Süchte sind Krankheiten. Ja, aber ein Spiel suchten heißt ja nicht, dass du süchtig nach dem Spiel bist, sondern viel spielst. Das impliziert halt zumindest nicht, dass du süchtig nach dem Spiel bist. Oder dass du eine Sucht hast, allgemein. Ah, du kennst diesen Mann, nicht? Oh, mein. Oh, look who it is. Ich habe nicht mehr gesehen, dass das Wagen wiedersehen. Nein, du, für das Thema. Die nur die Leute, die du nicht mehr gesehen hast, sind die Leute, die zu haben. Ich glaube, dass sie nicht nur die einzigartige Bullion-Cladd-Hoffers in diesen Parts sind. Aber ich kann leben in glückliches Hoff. Es war nicht ein Problem, war es? Nein, es war ein Pfeil. Well, ich gebe dir etwas für deine Pfeil. Ah, was wir hier... Ah, wie geht's das? Provide ein Mann a tincture, he'll bewell für ein Tag. Wenn du ihn zu machen, he'll bewell a while longer. Ich werde sicher versuchen, das zu machen. Danke. Danke. Es wird nicht für etwas chronisch sein, aber du nicht brauchst es. Well, wenn du mich auf meine Reise und du in need of eine Sache bist, bitte kommen und sagen, hallo. Reise sicher, jetzt. Wait, das habe ich sogar mit Gold abgeschlossen? Alles klar. Ginseng, Schafgabe, Muskatkraut oder Seidenpflanze. Ich habe verstanden, dass ich die Mission erledigt habe. Ja. Frag mich, wie oft noch die Einblendung kommen will. Okay, ganz kurz, ähm, Thema Waffen putzen lese ich auch gerade. Oh Gott, wo ist denn das alles drin? Ich glaube, ich hatte die nur unter Neu mal verwendet. Leider außer Hörweite. So, gibt es hier in der Nähe einen Stall? Natürlich nicht. Aber es gibt Postkutschen. Mit der Postkutsche kann ich mich safe hier hinbringen lassen. Jetzt ist die Story lang. Wenn man dem Entwickler vertraut, soll die 50, 60 Stunden lang sein. Ich versuche aktuell herauszufinden, ob das so ist. Auf dem schnellsten Wege. So, dann können wir auch mal eine Postkutsche nehmen. Oh. Ich kann nur in bestimmte Regionen reisen. Ja, ganz kurz geschaut. Strawberry, gibt es hier einen Stall? Ah ne, hier gibt es ein Hotel. Nice, dann gehen wir mal nach Strawberry. Und da gibt es einen Steckbrief. Wäre auch mal was für eine interessante Mission. Auf nach Strawberry. Map ist ziemlich groß, oder? Ich würde mal schätzen... Mindestens doppelt so groß wie Red Dead Redemption 1. Ich käme zumindest ziemlich nah. Ach ja. Wir haben ja auch letztens ein dickes Massaker veranstaltet. Bürgermeister. Ja, für Ärgern natürlich. Hallo. Ein Bad, bitte. Jo, nice. Dicker Bär. Aha, Moment. Okay, zum Glück nichts nackiges. Apropos nackiges, okay. Das war sicherheitshalber so im Moment. So, schade, dass ich die Kamera nicht drehen kann. Achso, ja. Ich muss was drücken, damit ich mich wasche. Luxusbad. Ich teste es mal Off-Cam aus und dann gucken wir mal, ob man ein Luxusbad auf YouTube nehmen sollte oder nicht. Es gibt ja auch natürlich Richtlinien, an die man sich halten muss. Oh nein. Ja, okay, ich gehe mal nicht davon aus, dass irgendeine Form der Nacktheit hier drin ist, aber trotzdem. Ich wollte eigentlich den anderen Arm noch waschen. Es war so intuitiv, das eine das Viereck ist für den linken Arm, das andere für den rechten Arm. Also, ob wir hier kreisen, ich habe es versemmelt. Auch einen, aber. Ja, gut. Ansonsten. Wie, die haben hier gar keinen Büchsenmacher? Ah, der Gemischwarenladen hat doch sicher... Gucken wir, ob ich überhaupt Waffenöle habe. Was ist denn da draußen passiert gerade? Äh, gibt es hier keinen Zubehör? Alter, da draußen passiert gerade irgendwas, ne? Ah, da, Waffenöl. Ausverkauf. Really? Ah, du kannst keine weiteren tragen. Ah. Gut, dann habe ich ohnehin schon mehr als genug und habe sie gerade nur nicht gefunden. Was ist denn hier bitte los? Wir wurden hier gerade erschossen. Was? Was ist das für ein Waffenhör? Du willst es aufhören? Du hast es. Bist du es. Bist du es. Es gibt es nicht mehr für das. Bist du zu hell. Ich habe nur den Boden. Das ist ein Waffenhör. Das ist ein Waffenhör. So, der kann da einfach im Matsch liegen bleiben jetzt. So, gucken wir mal in der Tasche. Ach nee, jetzt weiß ich, wie man zu dem Dingens kommt. Das ist ja nicht mal die seltene Rolling Block. Oh ja. So, aber ich pflege mal nur einen Revolver. Das restliche Waffenöl nutze ich für andere Waffen dann. So, ei, ei, ei. Ja komm, wir können doch einfach... Oder ist die Strömung zu stark? Finden wir es raus? Nö, nö. Geht schon. Easy, so weit ist es gar nicht weg, ne? So, weiß jemand, wie ich meinen Streitrost bekomme von der Ultimate Edition oder vom Pre-Order oder whatever? Woher ist der Goldbarren? Uh. Geil. 450 Dollar. warte mal was ist denn die anzeige ganz rechts warte mal das sind unsere eigenen pferde wo ist dexter wo ist dexter wo er bekommt bei den goldbarren das war in einer nebenmission wo man einer hauptmission eins von beinem wo man einer deutschen familie hilft ne 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 das ist kein temporäres pferd ne ne nö nö ja lts modding das ist mir schon klar du dann findest du es nicht im spiel wieder Die Leute, die immer Antworten geben ausgehend davon, dass man selbst der absolut größte Vollhonk ist Ah, weißt du, dann geben sie dir einen Tipp, wo du dir denkst Gott, der Wirbel, das weiß ich, ja So, wie nennen wir das? Englische Vollblut Ja, komm, Englisch Lassen links leer, leer laden Steht da leer zweimal Salus Das glaube ich Aufrüsten Pferdezubehör, Sättel Alter Schwede Jetzt haben wir ein richtig krasses Rennpferd Verbessert Steigbügel 36 Dollar Aber dafür sind wir richtig flott Und die Kernleerungsrate Hörner Das ist eigentlich so super weird Kannst du mal bitte still sein, Lewis Die Digger sieht man halt überhaupt nicht, aber Sehr interessierter Verkäufer Der sich auch überhaupt nicht wiederholt Nice Nice Pflege Äh, Mähn und Schweif Ich muss sagen Ich finde den eigentlich fast schon zu geil Schweif Ja, an der Farbe ändere ich nichts Dienste Ja, das Pflegepaket Okay, nice Dann würde ich sagen Dann würde ich sagen Warte mal Das seltene Rolling Block Wer können wir ja nochmal Oh ne, das sieht sauber aus Den Bogen muss ich nicht reinigen Das Lankischste Ja, gut Ähm Hallo, Holler Da solltest du definitiv nicht hin Tod oder lebendig heißt, dass Das Kopfgeld egal ist Sondern, dass du einfach komplett erledigt Werden Also, dass du bedingungslos gekillt werden sollst Beim Kopfgeld Ist es glaube ich sogar so Dass du eher lebend ausgeliefert werden solltest Aber, ja Da solltest du definitiv aufpassen So Sehr schön Ich vertraue keinem mehr hier Oh, okay Gut, das ist Oh, das ist übel Nein, 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 nein Oh Oh Gott, nein Oh Gott, nein Immer die Waffe wegstecken So, jetzt aber Da solltest du dich in die Stadt bringen Oh, ich muss noch ein bisschen Oh Gott, ich muss noch ein bisschen zu dem Blatt Oh, danke Oh, ich wurde Für dich Parce dass du mich Danke Oh, ich bin Oh, ich muss noch ein bisschen aus meiner Brühe Sehr verantwortungsvoll. Hier, bitte sehr. Hast du Whisky? Kannst du schön saufen? Hilf dabei, dass die Wunden langsamer verheilen. Gut, das sei denn, man nimmt es jetzt als Desinfektionsmittel. Wobei auch da... So, ab geht's. Holen wir uns den Steckbrief. Nee, das war kein Hase. Egal. Ja, zur Info, ich soll fünf Hasen erledigen vom Pferd aus. Dann haben wir eine Challenge geschafft. Drei haben wir schon so erledigt. Hier ist jetzt kalt. Oh. Vielleicht sollten wir doch nochmal eine Nacht im Hotel verbringen. Auf geht's, Lewis. Wehe, mir klaut jemand mein Pferd. Was? Ah, ja. Warte immer so erwartungsvoll, dass der nochmal weiterquatscht, irgendwas sagt. Aber hab ich nicht in seine Tasche geschaut. Oh, weiß nicht. Wollte da jetzt nicht unbedingt was rauskramen. Rauskram. Ja, da ist doch safe nix drin, oder? Oh, Zigaretten. Ich meine, der Typ war schon ohnehin arm genug dran, dass der, äh, dass der in der Bärenfalle war. Ah, ich kann verschiedene, warte mal, ich kann verschiedene Outfits beim Pferd hinzufügen. Okay, und insgesamt kann man fünf Stück, oh, das ist ja geil. Das ist gut. Nice. Ja gut, schlafen wir trotzdem nochmal eine Runde. Okay, das ist echt ein bisschen strange. Kannst ein Hotelzimmer mieten, aber du kannst auch Sachen looten, sodass du eventuell sogar kostenlos durchkommst. Es geht ab. Ja, Haarthonicum. Wie geil ist das denn? Die Pomaden nehmen wir auch noch mit. Was ist das? Gott, das Looten ist manchmal so unfassbar. Das war auch die ganze Zeit umschalten, wo es... Eieieieieiei. Gott, wie gut ist das denn bitte? Jetzt habe ich 80 Cent auch noch gefunden. Angebrochene Arznei. Ja komm, kann ich davon was zu mir nehmen? Ja, easy. Trinken. Nehmen. Ja, das meine ich, du musst halt mit R1 umschalten, wenn du dir die einzelne Schublade anschauen willst. Beziehungsweise, wenn du... Stimmt, warum springst du eigentlich die ganze Zeit um auf Garderobe? Weiß ich nicht. So, erstmal hinlegen. Schlafen. Och, bis Mittag geht klar. Wofür ist das Haarzeug? Man kann sich auf die Haare kämpfen und so. Ja, der Detailreichtum ist echt der Wahnsinn. Also auch, dass einige Leute in den Zwischensequenzen erkannt haben, dass die Waffen sputzig sind und so. Das ist halt einfach so geil gemacht. Und bei dem allermeisten würde sich niemand beschweren, wenn es nicht drin wäre. Aber trotzdem, es ist halt drin. Ein Tagebucheintrag. Boah. Boah. So, zack. Komm, Lewis. Nice. Alter, dass das funktioniert. Ha. So, ähm. Ich hoffe mal, dass ich den guten Lewis nicht allzu oft an die Wand oder an die Bäume parken werde. Ist es erlaubt, jetzt die Munition hier zu nehmen oder werde ich da abgeknallt? Ich lasse es einfach mal. Joshua Brown, the notorious shootist. Lebendig gesucht. Belohnung in Höhe von 40 Dollar. Brown ist mittelgroß, hat dunkle Haut und einen, ja, gut passender Name. Äh, und einen langen Schnurrbart. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort war nördlich von Strawberry. Alle Belohnungsansprüche werden vom Büro des Sheriffs der Stadt Strawberry beglichen. Boah. Alles klar. Ab zur verlassene Mine. Ja, gut, gut, mit, mit dem Rennpferd geht das, glaube ich, echt flott. Ich meine, das Geile ist halt auch, wir haben nicht nur ein recht flottes Pferd jetzt, sondern wir haben ein flottes Pferd. Was darüber hinausgehend auch noch getunt wurde. Ha. Ja. Och nö, danke, passt schon. Ich hab mir jetzt, äh, mal ein paar Videos von Digital Foundry und Candyland angeschaut, beim Vergleich zwischen Red Dead Redemption 2, der PS4 und der Xbox-Version. Und ich muss sagen, ja, die Xbox One X-Fassung sieht wirklich deutlich besser aus. Also, die sieht so viel besser aus, als ich mir überlege, ich warte jetzt erstmal ab, bis die PC-Version angekündigt oder dementiert wird. Und irgendwann hole ich mir dann die Xbox One X-Fassung, wenn ich mal wieder Bock hab, das Spiel durchzuspielen. PS, ah, 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 PS4-Fassung lohnt sich halt deswegen schon für mich mehr, weil die Inhalte viel früher verfügbar sind. Also, die Inhalte sind 30 Tage früher verfügbar auf der PS4 Pro. Oder auf der PS4 allgemein. Aber Halleluja, sieht die One X-Version mega gut aus. Für YouTube dürfte es eigentlich dennoch... Da war eine kleine Engstelle, da hättest du durchgekonnt. Also, der richtige Lewis Hamilton, der wäre nicht kollidiert hier, ne? Würde man halt den Hasen schnappen. Easy, whoa! Ja, aber, ähm, auf YouTube dürfte das wahrscheinlich keinen allzu großen Unterschied ergeben, weil, ja, die Komprimierung ohnehin richtig stark reinknallt. Und, ja, 4K-Streaming. Ich hab's ja selbst schon mal versucht. Ich steh'n doch so ein bisschen in den Sternen. 4K aufnehmen, geht easy. 4K streamen, wird ein Tacken schwieriger. 4K streamen, wird ein facultist. 4K streamen, wird ein child humanities kraft 돌� 현재. Seite einem formats歡迎! 3K streamen, становится fники profesorasufig. 4K streamen, wird ein arabes langsnelle. Leben hier nur zwei Hasen? Alles klar. Bei manchen Sachen ist das Shen am Ende. Wirklich unabdingbar, als würdest du das Ding einfach Eichhorn nennen. Ich bin, es klingt richtig, aber ich bin auf dem Level. Ich habe keine Ahnung, was du gerade gesagt hast. Ich bin, Sport. Hier sind diese lustige Rock Carvings. Sie sehen ein bisschen wie dieses. Okay. Ja, aber die Sache ist, ich habe wirklich zu finden alle. Jetzt, es ist ein Puzzle-Thing-A-Me. Ich weiß, es klingt richtig, aber ich bin auf und auf und es ist wirklich wichtig. Ein bisschen Rock Carvings. Ja, genau. Ein bisschen Rock Carvings. Ich habe keine Ahnung. Ja. 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 Also das pronounce ich klingend auf. Na, sagt man mit ich habe. Na ja nur Metal. Äh, Niko ich habe doch Eichhörnchen gesagt. Ich habe sicher nicht Einhörnchen gesagt. Na ja, whatever. Die Frage wurde gestellt, worin die XBOX1X-Fassung besser aussieht. Tatsächlich in allem. Auch die Bildrate ist bei stabilen 30 Bilder pro Sekunde. während die PS4 Pro hier und da ein wenig ins Stoddern kommt. Gut, hat halt einfach die deutlich bessere Hardware auch drin. Deswegen kein großes Wunder. Und Rockstar ist mal ein Publisher und Entwicklerstudio. Das auch mal wirklich gut optimiert. Wir werden jetzt Leute nicht unbedingt zustimmen, wenn sie die GTA 4 PC Version gespielt haben. Doch ich hatte ja letztens mal vor, GTA 4 auf dem PC nochmal ein bisschen zu zocken. Aber das läuft vor allem auf Windows 10 überhaupt nicht. Da läuft es halt überhaupt nicht auf Windows 10. Aber ich lasse sie mal singen. Da ist ein Bär. Nice. Ab auf Louis. Was für ein legendäres Tier. Legendäre Kree ist es sicher nicht. Ja, Tobi, probier es mal. Ja, weißt du, also bei mir lief es in verschiedenen Bereichen ganz, ganz unterschiedlich gut. Also, je nachdem, wo du gefahren bist, lief es manchmal richtig, richtig stark oder halt überhaupt nicht. Nice. Reitkunst 1. Springe innerhalb von 15 Sekunden mit dem Pferd über drei Hindernisse. Kann ich dir das zumuten, Lös? Mal kurz untersucht. Ja, Leute. Geschwindigkeit 9, Beschleunigung 7. Renntauglich. Kojoten sind halt auch einfach so cute. Was? Das war doch safe an dem Kopf. Okay, der Kleine leidet. Ei, ei, ei. Poor thing. Das ist schon geil. Das von so einem großen Tier nur so ein kleines Stück Fleisch übrig bleibt, ne? Gut, wenn wir eh schon dabei sind. Boah, saftiges Fischfilet. Das gibt krasse Werte. Ist das Spiel besser online als GTA? Also da der Online-Modus im November kommt, würde ich eindeutig sagen, definitiv, ja. Also noch nicht, aber dann garantiert. Duki sagt, wir sollen einen Gruß hier lassen. Streamt der gerade auch, oder was ist los? Warum so früh? Die Uhrzeit schläft Duki doch noch. Da guckt sich das auch mal an. Aha, aha, aha. Ja, schönen Gruß zurück, Duki. Moin, Feind. So, schnell doch mal alles kurz kochen. Damit wir auch ein bisschen was an Lebens-Items und so haben. Gut, unsere Werte sind ja eh fast maximiert. Ein bisschen Bogen schießen wäre trotzdem nicht schlecht. Wie gesagt, die maximale Gesundheit erhöht sich. Das habe ich jetzt schon mehrmals vorgehabt. Ich glaube, ich soll es mal machen. Uh, wir sind bald bei den 92.000 Abos. Ja, Leute, wenn ihr noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da. Erstens, ihr verpasst nichts bei Red Dead Redemption 2 und zweitens, ich würde dabei helfen, die 92k zu erreichen. Und das ist mehr als 4k. Und ich meine, 4k mag ich sehr gerne. 92k klingt halt einfach ein bisschen geiler. So, Gegenstand lagern. Moin auch Simon und Dennis und Sebastian und alle anderen, die jetzt frisch zuschalten und Hallo schreiben. Aber wenn euch der Stream gefällt, lasst auch gerne ein Däumchen nach oben da. Wir haben schon fast 150 Däumchen. Dann erstelle ich aber viel, vielen Dank für alle, die ein Däumchen da gelassen haben. So, jetzt holen wir uns aber mal den Typen. Jetzt bitte, Hauptcharakter, quatsch nicht eine Viertelstunde lang mit dem rum, so wie der das bei dem einen Kopfgeld gemacht hat. Schnapp ihn dir und über Gippie. Stonecold, hast du das auch selbst gespielt? Also eins muss man Red Dead Redemption 2 auf jeden Fall sagen, als einen Punkt, der vielleicht nicht jedem gefällt. Das Spiel baut sich sehr langsam auf, aber an sich ist trotzdem sehr, sehr geil. auf jeden Fall. Dead end. You got nowhere to go, Bounty Hunter. I ain't here to kill you. Wouldn't matter if you were. There's only one way out of here, and that's through me. Come easy. I'll say something to the law. It ain't gonna be easy. You're gonna have to draw on me to get me out. You might have found me, but you won't beat me. Bounty Hunter. What? Ich dachte, ich habe mehr Zeit zum Zielen, wenn ich langsam ziehe. Okay, nochmal. Warte mal, ich habe die Anzeige doch voll aufgefüllt. Ja, gut, nochmal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schuss in den Bauch tötet ihn nicht. Das kann mir kein Mensch ernsthaft erklären, ey. Der stirbt nicht wegen einem Schuss in den Bauch. auf dem Bounty Hunt son of a bitch. Damn you. What the hell? hat auch lang genug gedauert. Erstmal plündern. Es ist sonst nix. Let's go. We're going back. To strawberry. Comfortable enough for you? Okay, boy. Let's go. Ich habe ihm nur die Waffe aus der Hand geschossen. Ich habe ihn, glaube ich, nicht mal getroffen. Oh, wie geil sieht das Pferd denn aus. Alter, wie geil sah das Pferd denn bitte aus? Lassen wir ihn ein bisschen quatschen. You ain't nothing special. And you ain't gonna stay sharp for very long. None of us do. Danke, Bumbleboot an der Stelle, Mom. Schade, dass der Typ nicht weiterquatsch. Kann ich ihn trotzdem schlagen? Oh, ich dachte schon, der kollidiert mit uns. What the hell? Was geht denn mit den jetzt ab? Da war noch einer, oder? Dead Logic. Jage... Jage einen Kopfgeldjäger. Also, du bist Kopfgeldjäger und machst was, damit dein Kopfgeld auf dich ausgesetzt wird. Im schlimmsten Fall. Waren das gerade Wildpferde? Jawohl. Also, in der Region kann man ohnehin, glaube ich, schon sehr, sehr geil jagen. Deswegen... Du verdienst... Das hier. Ja, hier kann man anscheinend eh sehr, sehr geil jagen. Deswegen wäre das eine Idee, hier einfach nochmal hochzureiten. In den Norden. Ist ja eh nicht so weit von der Stadt entfernt. Zwei, drei Minütchen höchstens reiten. Und dann easy. Dann ist man schon da. Ist doch echt zu geil, dass er einfach nicht die Schnauze hält, ne? Ja. Wo komm ich jetzt durch? Ah. Dann bleibe ich schon. Dann bleibe ich schon mal hier. Hey, no more posters going up here for a while. Mayor don't like the way it looks. We are a tourist town after all. Alles klar. Auf geht's, ein bisschen jagen. Ein bisschen jagen. Und Wildpferde zähmen. Ja, ich bin mal gespannt, Hunter, was dann sich daraus ergibt. Momentan sehen ja Ferrari und Mercedes richtig schlecht aus. Renault und Red Bull scheinen das Ganze schon ordentlich zu bestimmen. Und das Lustigste ist halt einfach, dass McLaren als einziges Renault Team richtig Banane fährt. Oh, ich bin mal gespannt, ob ich den legendären Bären erledigen könnte. Das wäre ja mal Versuch wert, ne? Und jetzt habe ich auch das Lancaster-Gewehr. 14 Schuss in einem Magazin. Ein Magazin leeren könnte helfen. Hier rechts hoch waren, glaube ich, die Wildpferde. Ja. 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 Okay, ich glaube, ich habe eine etwas falsche Abzweigung genommen. Ja. Und jetzt wird es dunkel. Whoa. Shit. Shit. Hey, this here is a private financial matter. So why don't you keep right along? Not looking to interfere with any sensitive financial matters. I'll leave you to it. Hey, we said to scre- Damn it, we warned you! Schauen wir mal, was die hier aufmachen wollten. Well, let's see if this safe is worth the effort. Pferdezählen war der Gedanke. Aber man merkt wirklich, für einen Controller hat Red Dead Redemption viel zu viele Funktionen. Mit R1 gießt du in Deckung. Wechselst die Dingens. Okay, jetzt sag mir bitte, dass ich das wenigstens... Alles klar. Nein, 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 nein. Verdammt. Verdammt, verdammt. Daran habe ich nicht so gedacht. Damn it! Alles cool. Alles gewollt. Was haben wir hier hinten denn? Oh, der Hut! Dass das Ding aber so explodiert, hätte ich nicht gedacht. Haben wir ein Feuerlöcher dabei? Hm. Machen wir mal was, was, was? Fremde Personen aufheben? Never ever. Fast gestorben, aber 40 Dollar verdient. Also warum das Spiel erst für Konsole rauskommt und danach erst für PC, da gibt es wahrscheinlich viele, viele Gründe für. Also einen, den man sich allein schon denken könnte, wäre, ähm, dass man dann halt zweimal die Version kauft. Also ich zum Beispiel würde mir definitiv die PC-Version holen, sobald die, ähm, angekündigt wird. Oder halt erscheint. Das sind keine Pferde. Zumindest waren es nicht alles Pferde. Das Pferd, was ich wollte, war auch nicht da. Da ist ein Bär, glaube ich. Oh. Okay. Hier ist irgendein legendäres Tier. Allerdings muss ich sagen, ich verstehe es trotzdem nicht, warum man es nicht einfach zeitgleich dann rausbringt. Vielleicht willst du halt zweimal den Hype haben. Kann natürlich auch sein. Kann theoretisch alles sein. Okay, es ist ein bisschen schwierig, wenn mir jetzt von wirklich jedem Tier die Fährte angezeigt wird. Vor allem, wo ist denn der Bereich des legendären, ah, legendärer Hirsch oder Elche oder whatever. Ist eher ein Hirsch, glaube ich. Oh. Alright. Looks like something. Well, the trail's been here a while. Wow. Warte mal, warum ist der Bereich so weiß markiert? Da ist noch ein Hinweis Okay, Wölfe sind auch am Start Hm Hm Okay, gut. Gut, das ist etwas, was ich später aufs Pferd packen müsste. Also manche Fälle kriege ich ja vom Pferd irgendwie nicht mehr runter, ne? Das ist ja irgendwie ein bisschen Kacke, aber... Apropos Kacke. Da ist er. Da hinten auf dem Hügel ist er. Warum habe ich denn jetzt maximales Leben? Da! Das müsste er sein. Alles cool. Hey, 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 hey. Ich wusste nicht, wie viel Schuss ich brauche zu meiner Verteidigung. Nice. Das erste legendäre Tier erledigt. Das ist ein bisschen das. Ich kann mir, hey, 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 hey. Okay. Alles klar, also legendäre Tierjagd, muss zugeben, jetzt nicht immer so super episch. So, wo kann ich das nochmal genau hinbringen? Was ist das denn? Ach da, Trapper. Gehen wir mal hin. Wenn der ein legendäres Outfit da mitmachen kann. Easy. Vielleicht bleiben wir noch die Nacht da, bis wir eventuell nochmal ein paar Wildpferden begegnen, weil dieses eine schwarze Pferd sah mega geil aus. Easy, easy. Hey, Louis. Louis. Mann. Halt mal stehen. Oh, oh. Oh, falsche Taste. Weglegen. Oh. Oh. Jetzt solltest du mir nicht mehr folgen, Mate. Kohl's got a hold on you boys I ain't never gonna understand. What the devil what- All right, O'Driscolls, kill this bastard! We'll see you later! Nice! Uh, goldene Taschenuhr. Wollen wir später auch wieder schön verkaufen. Ja, Leute, das sieht ja gut. So ein schöner Überraschungsmoment auch noch schön Dynamit reinschmeißen. Ah, Premium-Zigaretten. Sorry, Arthur, aber ich glaube, du musst mal wieder... Ja, es ist auch eine gute Idee, weil ich es gerade gelesen habe, mit Dynamitanzündung wieder reinstecken. Es ist auch eine gute Idee, dass man seine Streichhölzer auf Holzwagen wirft. Ey, ich meine ja nur, es könnte was passieren. So, Bühnenstars. Was gibt's noch alles? Nice Haferplätzchen für Lewis. Uh, Kekse! So, wieder ab in den Ego-Modus. Dosen-Gemüse. Awesome! Was ist krass? Ja, wir haben echt viel zu viel zu essen dabei, ne? Da geht ja fast gar nichts mehr rein. Ich wollte eigentlich nur looten, aber gut. Blöd, der guckt. Paar Kills mit dem Tomahawk. Ja, wenn ich das Ding gut hinbekomme, dann sehr gerne. Jetzt kann ich den doch plündern oder was? Äh, was? Alter! Habe ich den Bein zerfetzt? Boah! Alter! Das ist ja wirklich... Oh! Holy Moly ey! Ich hab dir mit Dynamit ja wirklich das Bein zerfetzt. Alles klar! War nicht gewollt. Nee, nee. Überhaupt nicht. Hallo! New face there! Moin! Äh, ja, ich möchte eigentlich weder kaufen noch verkaufen. Er kann verschiedene Kleidungsstücke herstellen aus den Tieren und Fellen, die du ihm verkaufst. Wolfsherz, alter! All made to measure. Ach du Schreck ey! Wie viele verschiedene Shops und so gibt's denn bitte? Und was kannst du denn alles aufrüsten? Das sieht zum Glück überhaupt nicht dämlich aus. Ja, Moment mal. Legendärer Hirschbock. Hab ich das nicht schon? Hab ich das nicht schon? Pferdinventar. Also eine Sache stört mich halt wirklich. Wie kann ich... Das wird nirgends erklärt. Wie kann ich dieses Fell aus dem Pferdeinventar in mein eigenes Inventar packen? Da steht er nirgends. Hier werde ich meine Fälle vom Pferd wieder los. Ja, aber wie? Ich verstehe das halt wirklich nicht. Ah, hier ganz unten. Na gut. Kann verkauft oder zur Herstellung verwendet werden. Perfektes Hirschfell bringt auch nur 2,25 Dollar. Ja gut, jetzt die Frage. Soll ich das dem verkaufen oder... Was redet der eigentlich? Soll ich die wirklich dann verkaufen? Oder... Weil jetzt heißt es... Kannst du es auch zur Herstellung von etwas verwenden. Gut, dann mach ich das mal. Okay, dann kann ich es herstellen. So, vielen, vielen Dank. Dann gucken wir mal. Verstärkte Ausrüstung. Steht da jetzt was bei... Moment, wo war das nochmal? Hier. Kleidung. Kleidungssets. Ja, genau hier. Ah! Ich habe sogar zwei Fälle davon. Ah, ich brauche es auch zweimal. Fell eines legendären Fuchses oder Widderfellperfekt. Vielen Dank, Leute. Okay. Das hat geholfen. So, was brauchen wir hier? Hirschfellperfekt und Rabenfedern. Warte mal, dann kann ich doch sicher meinen... Ich habe doch safe irgendwann mal einen Raben erschossen. Ne, eine Krähe habe ich erschossen. Wolltest du mal zerlegen. Jawohl, dann kriegst du die Federn raus. Alles klar! Jo, vielen Dank, Leute. Das hilft jetzt definitiv weiter. Warte mal, dann verkaufe ich dem einfach jetzt alles, was ich habe, oder? Hallo wieder. Hallo wieder. Das war schnell. Schaden kannst du ja nicht. Also wenn das alles der Kram ist, womit er dann später... Also zumindest alle Fälle verkaufe ich jetzt mal. Wenn ich später quasi dann alles herstellen kann, indem ich es ihm verkaufe, dann bringt es mir ja jetzt enorm viel, ihm alles einfach zu verkaufen. Gut, das ganze Fleisch vielleicht jetzt nicht. Kann verkauft werden. Gut, das wollte ich eigentlich nicht verkaufen. Passt schon. Okay. So zur Herstellung von Gegenständen. Jo, easy. Schau bei Sättel vorbei. Bei ihm, oder? Jetzt sagt er wieder, oh, das ging wieder schnell. Sättel. Aha, aha, aha. Schlangenhaut perfekt. Pumafell perfekt. Wildschweinfell perfekt. Ja gut, also du kriegst schon eine ganze Menge Gegenstände hier. Wenn du ordentlich jagen gehst. Besitz diesen Gegenstand, das ist mir schon klar. Okay, und das sind jetzt verschiedene Sets, oder wat? Also die sehen jetzt, stellen wir jetzt auch echt stylisch aus. Das hier sieht zum Beispiel enorm stylisch aus. Okay, und da muss ich die verschiedenen Stufen erreichen, oder was? Also müsste ich jetzt zum Beispiel bei Reitkunst, da muss ich glaube ich ganzen Reitkunst-Challenges machen, oder? Ich guck mal grad. Fortschritt. Herausforderung und... Ja gut, hier Bandit, Entdecker, Glücksspielerkräuter, Reitkunst. Ich vermute mal, dass es so ist. Okay. Pelle auch fürs Camp aufbewahren? Ja. Ich hab den Sinn von dem Spenden ans Camp jetzt noch nicht so ganz verstanden. Zur Not können wir einfach gelb übergeben, aber... Mal schauen. Das Camp haben wir eh genug unterstützt bis jetzt, glaube ich. Jetzt gehen wir erstmal weiter auf unsere Reise. Wer ist denn hier mit uns verfeindet? Ach, ne Schlange! Yep. Nice, Gesundheit erhöht. Alter, aber auch wie? Ja komm schon, jetzt will ich aber auch Klapperschlangenhaut haben. Schlangenhaut schlecht, ja Mist. Let's go boy! Yep. Vielleicht gibt's für Pfeil und Bogen auch Pfeile, die dann etwas erträglicher für die Haut der Schlangen sind. Allgemein beim Jagen. Uh. Aber wir sind hier ordentlich... weit entfernt von dem Rest der Zivilisation, aber ich bin mir ziemlich sicher unterwegs, werden wir einiges entdecken. Hm? Get away! Anyone? Oh, Jesus! Oh! No! No! Ah! Someone help me! Help! Get this thing off me! Oh, Jesus! Please! I can't, I can't take this pain! I'm all slack! I'm burning up! Oh! Oh! Okay, Anton, danke! Das lege ich gleich wieder ab. I'm dying! Oh, Kumpel, was geht? Hat sich beim letzten Mal mega gelohnt. feeling worse. That's better than nothing. Damn it! That won't help! Look at me! I'm bleeding out of here! Aaaaah! Can't... 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 Can't hold... Can't hold... Can't hold... Gnuh... Okay, boy! Die Arznei war für den Po. Naja. Bin ich wirklich über die Schlange geritten? Bin ziemlich sicher, dass ich eigentlich nicht über die geritten bin, aber kann natürlich sein. Ich sag mal so, der Weg könnte mir ruhig mal anzeigen, welche Route ich hier nehmen soll. Statt einfach nur die Luftlinie anzuzeigen. Ich kann über drei Hindernisse springen. Das geht doch sicherlich ziemlich gut. Bei so einem Hof. Innerhalb von wie vielen Sekunden sollte das sein? 15 oder was? Easy. Das geht easy. Ja, ich hab das Fell nicht vergessen. Ich hab's einfach nur weggelegt, weil... War ein schlechtes Wolfsfell. Braucht man nicht. Das könnte zu einem besseren Fell werden. Oh boy, komm schon jetzt. Das ist ein gutes Fell. Blue? Ähm... Ja. Alles klar, das Häuten ging schnell. Ach komm, was ist das denn? Schon wieder schlechtes Fell oder wat? Never ever. Ich hab's dir dreimal in den Kopf geschossen und sonst nichts. Hier mit dem Lasso fangen. Das wär die Idee. Ah, vielleicht nicht den Kojoten, irgendeinen Hirsch oder so. Komm her, Kumpel. Auf geht's los. Offroad nicht so gut unterwegs, oder wat? Ich hab's dir nicht. Ich ahne Böses. Oder auch nicht. Das ist eine gute Idee gewesen, Marc. Vielleicht ist das Fell ja jetzt besser. Es muss jetzt wirklich besser sein, weil jetzt hat man offensichtlich nur Kopf- bzw. Halsregionen erwischt. Gut, aber nicht perfekt. Perfekt wäre es wahrscheinlich, wenn ich es mit einem Kopfschuss schaffen würde. Kann ich das noch verstauen? Ah, okay. Gut. Es ist auf jeden Fall cool, was für Möglichkeiten einem das Spiel auch bietet. Ich meine, das war jetzt ein Gedanke, da hatte ich überhaupt nicht dran gedacht. Erstmal Respekt da für die Idee. Aber zum anderen, dass das Spiel das auch ermöglicht. Ich meine, das ist immer so das Ding, ne? Bei Red Dead Redemption 2 hast du ja jetzt so viele Möglichkeiten und man ist viele, viele andere Spiele gewohnt. Und das ist eigentlich auch das Coole in einem Livestream, dass viele Leute auch viele Gedanken äußern können, weil man selbst kommt vielleicht einmal auf so eine Idee, aber nicht so häufig. Ja, weil du hast gewisse Spielmuster und an die hast du dich gewöhnt. Und okay, dieses oder jenes geht, aber du denkst halt nicht über den Tellerrand hinaus, wenn es viele Leute sind und jeder mal so einen Gedanken hat. Und es ist einfach cool, dass man diese ganzen Ideen dann hier gesammelt hat und... Du musst es tierfreundlich fragen. Ja, und dann sammelt sich das Ganze und dann hat man mehrere solcher Ideen. Und das fügt sich dann alles. Dann hat man am Ende ein mega abwechslungsreiches Let's Play in diesem Fall oder Live Let's Play. Oh, der Bürgermeister ist aber auch echt nervig, ne? Der sagt immer noch Hallo zu allen. Das ist ein geiler Job, Bürgermeister sein. Muss einfach nur alle begrüßen. Jawohl, stimmt. Vielen Dank, Leute, für 200 Däumchen. Aber dann gibt's auch von mir mal ein dickes Däumchen raus. Lass die armen Tiere in Ruhe, schreibt Oliver. Ja, solange ich nicht im Real Life Tiere erlege, ist es in Ordnung. Oh, hey Kumpel. Was ist denn bei dir passiert? Hätte ich jemanden mit einer Schrotflinte angeschossen? Wenn ja, dann war ich das. Oh. Oh, was du da? Was ist denn da? Aye. Would you mind watching my stuff while I head to find another wagon? Since you're otherwise occupied, I think I'll be taking what I want from your wagon. And from you, too. You ain't even there, as far as I'm concerned. Boss ain't gonna be happy about this. Ah, ihm ist es also auch vollkommen egal. Oh, nice. So, machen wir mal. Alles cool. Ich mach nur die Natulle auf und dann... Gut, gelohnt hat es sich jetzt eigentlich auch nicht so wirklich, oder? Armes Pferd. Was machst du eigentlich, während ich immer weg bin? Nicht viel. Gut. Ja, ich mach jetzt gut. Ich denke, sprü passage danach. zum glück ist das ziel system nicht manchmal mega hakelig ich könnte ihm wahrscheinlich ein pfeil ins bein schießen aber muss auch nicht sein ja komm das packen wir auch mal aufs pferd er denkt sich auch so kommt schon kumpel jetzt nicht so viel nicht viel mehr als das moin moin auch an alle die frisch zugeschaltet haben schön dass ihr am start seid alter die zug brücke ja anton das denke ich mir bei manchen sachen auch also gut hier mal ein pfeil ins bein schießen könnte sogar eine skyrim referenz sein aber keine ahnung die ganzen leute die in den vergangenen tagen wollten dass ich dem pferd in seine in in zonen rein schieße wo es sehr unangenehm ist die leute können sich das spiel wirklich holen und diese fantasie so oft ausleben wir die gegend die sieht immer wieder geil aus so und für die leute die sich aufregen dass ich mit pfeil und bogen die ganze zeit rumhantiere und tiere erlege das ist nur fürs verbessern der stats und solange es keine echten tiere sind wo ich doch keinerlei gewissensbisse ok komm der hat sich verdient weiterzuleben ja aber hasen ok die hasenjagd bringt scheinbar nix ok der ist auch so schon gehumpelt also bringt ja auch nix das bringt ja dann nur bei hirschen oder vergleichbar an tieren was oder was wie abwechslungsreich sind die missionen manche haben schon nach einer stunde gesagt das sei repetitiv aber ich persönlich finde es sehr abwechslungsreich tatsächlich ok machen wir eine kleine pause mate nein 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 warte nicht mit pfeil und bogen nö ich finde es auf jeden fall schon ähm also gut abwechslung es bleibt natürlich immer in seinem genre und es bleibt in seinem gameplay aber was daraus gemacht wird finde ich schon ganz geil auch was die story angeht finde ich ist schon gute abwechslung geboten ach anton ich glaube du bist heute zum ersten mal in einem stream oder schätzt dich glücklich dass du die ganzen kommentare hier und da nicht mitbekommen hast so jetzt mal verbundenheit gesteigert komm kleiner oh warte mal ich wollte kein ok der normale neukampf hat es auch erledigt zum hofschmied weiß ich nicht ob man da hin muss man muss auf jeden fall das pferd hin und wieder striegeln wobei der jetzt natürlich im regen auch wieder anführungszeichen sauber werden könnte oh ja ein bisschen sputziger sieht er auf jeden fall aus gewisses muster hat er definitiv aber oder du kommst mir nur so vor das mit der verbundenheit zum pferd finde ich auch cool dass die werte sich entsprechend dann auch steigern wird da doch dazu dass man sich die haben sich mit den falschen angelegt hat er das gewehr nicht gewechselt gott warum dauert das alles so lang was hatten die denn bei sich 3 dollar es lohnt sich eigentlich fast immer die gauner auch dann entsprechend zu erledigen und auszurauben ja ich hab nur noch ein pfeil hier viel zeit gelassen um perfekt auf den kopf zu zielen und jetzt ja ja ich verstehe auch die überlegung dass man halt auch mal wissen möchte was in diesem oder jenem szenario passiert aber wie es bumblebo schon sagt wenn man selbst halt wirklich nicht lust hat keine ahnung dem pferd die hoden oder so weg zu schießen ja sollte man aufhören das ganze zu fordern so ganz kurz beim pferd beim pferd haben wir auch andere beim pferdinventar haben wir auch andere outfit outfits oder ist es bei waffen auf dem pferd ach ach da das logo für heiße temperaturen und damit haben wir auch ein neues outfit was ja auch gewünscht wurde Arznei ist easy haben wir mehr als genug hey Dexter was geht muss ich jetzt das pferd eigentlich stallen damit ich den irgendwann wieder verwenden kann oder würde der hier irgendwann dann weg sein der gute Dexter guys so leute dann zahlen wir mal ein bisschen was ein oder me i can rob a bank just as well as in ee you sure arthur 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 warum wollen alle mit uns reden hört auf arthur morgan Sag mal, ist der Typ hier endlich da und nimmt mal meine Ware entgegen, oder? Dann habe ich halt nichts zum Abliefern. Pech gehabt. Oh, ein bisschen Munition. Nein, nicht Domino spielen. Wir haben überhaupt keine Pfeile, oder was? Oh ja, Rasiermesser und Pinsel. Aha. Ah. Oh. Viel Spaß für alle, die das jetzt lesen wollen. So, Kinnbart machen wir weg, Backenbart machen wir auch mal weg. Jawohl, komm, den Schnauzbart lassen wir aber dran. Tee, wer war ein Tee nochmal? Trelawney, ah, der ist wieder da. Was? Was? Well, I know you think I'm just some effete buffoon. What? A man of words and not of action. Hardly a man at all. Well, I think you're as slippery as an eel in an oil slick, but still a man. Because I think I've, I've found something interesting. Yeah? Have you ever robbed a stagecoach? No, never. Well, who would have even thought? Of course I robbed a goddamn stagecoach. You know I have. And what's the problem with stagecoaches? The armed man attempting to put a bullet in your head? Not quite. The odds. I mean, is it worth the robbing? Sometimes. I know, but, well, if you'd like to come with me, I can introduce you to a new best friend, and he's, he's going to give you all the decent robbable stagecoaches a hot-blooded degenerate could require. Well, I could require a whole lot. So where do we find this friend of yours? Roads. Because what can possibly go wrong there? Well, lead the way and we'll find out. You sure seem to have got a bout around here. You know me. I like to make friends in low places. How the hell do you end up down here anyway? Jetzt habe ich vier Feuille. Nice. I could ask the same of you. I have a few commitments over this way. Some expenses to meet. Expenses? What expenses? Gentlemen's canes and rabbits to pull out of hats? Among other things, I had quite a nice little business going for a while. Shares in a gold mining company. Excellent returns for the investor of a certain financial standing. Until, well, that unfortunate run-in with the law. Yeah, that's how it goes. Thanks for disappearing on us during that Sean business, by the way. I've done my part. Each to their strength, dear boy. You know, you boys should really watch yourselves with those two families. This is a small town. People talk. I tried to mention it to Oseo, but you know how he is. Anyway, while they're off chasing their part of confederate gold hidden at the end of some rainbow, So, here we are. We can hitch up outside. I'll make the introductions, Arthur. So, ich pausiere mal gerade für eine Sekunde. Bin sofort wieder da. Und, ähm. Moment, ich rufe mal gerade die Karte auf. Vielleicht kann man hier noch mal was Interessantes ablesen. Aber ich bin so sofort wieder da. Moment. 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 oder es dauert noch einen kleinen Moment länger hier hat sich nämlich jemand gerade gemeldet der unbedingt ja ich bin sofort wieder da Moment, ich zeig mal gerade den Grund warum ich gleich wieder da bin Moment wir gehen mal ganz kurz raus wir gehen ganz kurz raus gebe ich der Kleinen noch was zu futtern und dann bin ich sofort wieder da Dann bin ich's wieder da und dann bin ich's halt Vielen Dank. 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 Ich kann mal pausieren, aber mit dem Tier kannst du halt schlecht sagen, jetzt nicht pinkeln. Was ist das für ein komisches Geräusch? Dieses Boing, boing, boing. Ja. Hier levelt man sein Leben. Nahkämpfe, Bogenschießen. Du musst mal drauf achten, rechts kommt nach einer Aktion eine Einblendung, wenn du irgendwas machst, was es unterstützt. Hello, Alden. No, my comrades here, my comrades here and I are greatly discouraged from the adequate fulfillment of our duty. A discouraged man is no man at all, Alden. No man at all. Well, my friend Arthur here has a present for you. Thank you, thank you very much. Oh, and Josiah, if you or Arthur are ever out Strawberry Way, ask for my colleague there. A feller called Hector. He's also one of the, what did you call us again? Mrs. Chester, Miss oder Mrs. Chester? Ich glaube, Miss ist, oder? Eine selbsternannte, aber unerträgliche Opernsängerin. Benutzen Sie Ihre Fantasie. Alter, okay. Ich habe Fantasie. Keine Mundtrommel soll das anscheinend sein. Moment, kann ich, kannst du hier drüber springen, Lewis? Nice. What did I tell you? Simple as can be. Seems a lot of the station workers are in on it these days. Nice! Earning a pittance, the unions are whipping them up, so they want something on the side. Like he said, there, Strawberry. Could create a lot of opportunities for a man in your line of work. I ain't sure about going back to Strawberry after all that market business. Didn't sound like you left anyone alive to recognize you, so I wouldn't worry too much, dear boy. All this trouble. You gentlemen are becoming quite the celebrities, aren't you? Soon you'll be on the front of a dime novel. And dead, of course. We're hoping to be long gone before that. Dutch has a plan. If anything goes wrong, let's meet back here at this crossroad. Okay? Alright. Go! Ja, also zum einen muss ich sagen, ich habe glaube ich auch mit elf oder zwölf schon Halo gespielt oder so. War noch jünger. Wann kam das erste Halo? Oder Halo 2, spätestens da habe ich gespielt. Ich glaube 2005 am Anfang 2005. Ich finde es nicht schlimm, wenn Kids auch Spiele unter 18 spielen. Mir wurde das auch erlaubt von... Ja gut, gleich. Okay, this should do. Sure. Here. I'm hoping we won't need those. Well, better safe than sorry. So what were you thinking? Well, according to this, the loot is located in a strongbox, which is in the back. I'll put on a little performance, and you can scurry around, open the strongbox, and relieve them of their goodies. And how do I open the strongbox without threatening someone to open it for me? This should work. Huh. And I can do this silently? Well, I'm hoping complete silence won't be necessary. But you're going to wish you had your earplugs? This is damson. Oh, very good old and very good. Of course, if everything goes wrong, you can wave your guns around like you normally do. All tight. They'll be here soon. Alles klar. There it is. Right on time. Let's go. Keep your distance, so they don't see you. And please leave that gun in its holster for once. Yeah, also wie gesagt, ich habe auch Spiele ab 18 schon mit unter 18 gespielt, weil es mir erlaubt wurde. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, aber da hat auch jemand korrekterweise gesagt, die Kiddies werden sowieso nicht geduldig genug sein. Und merke ich auch so ein bisschen im Let's Play die Leute, die halt wirklich so mega... La, 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 la... Good day. Hello. I hope you don't mind my singing. Not at all. I'm preparing for a show. It's a free country. La, 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 la... Did you say a show? What? It didn't matter. It's a small benefit to the lockers in Blackwater. Mrs. Chester Damson. So will you flatten me? I flatten? Stop the coach, my good man. Stop the coach. Miss Dempsey, why did you stop singing? The New York audience, they were rather cruel. New Yorkers are tricks and fools who believe Westerners don't know anything about culture. I couldn't agree more. Could you? It's such a small show, but would you sing something for me? I'm looking for a mezzo soprano. I don't know. Mrs. Damson, you owe it to West Elizabeth. Wait. I don't know. Why did you do that? I don't know. I'm looking for a mezzo soprano. I don't know. You owe it to me. You owe it to me. We are better for a mezzo. Adagio! Boko Adagio! Madame! Madame, wir sollten move! The roads are not safe! My good man, they're perfectly safe! Can we go, please? I got a train to catch! Won't you be quiet, you horrible little man! One more time! From the top! Madame! I've heard it! Was ja gar nicht so schlimm, ne? Ich finde Opern Gesang ist echt, also Opern können echt richtig, richtig schön sein. Zum Beispiel Pavarotti hätte ich gerne selbst mal live gehört, wie der singt, aber leider ist das nicht mehr möglich. Aber ja, in New York, die haben keine Ahnung, ne? Die haben überhaupt keine Ahnung. Auch wieder sehr schön parodiert. Vor allem, dass sie halt davon ausgeht, dass die keine Ahnung haben, weil eben sie dann nicht gewürdigt wurde, ihr Talent. Ja, ey, ganz ehrlich, in New York ist es glaube ich echt, oder auch allgemein in Hollywood und New York ist es halt echt schwierig Fuß zu fassen. Kann halt jeder was, fast. Oder viele, viele können halt was. Nice! 206,25 Euro oder Dollar. Was hätte ich denn noch anders machen können? Na gut, ich hätte ja einfach nicht so lang zuhören dürfen. Okay, boy. Ja! So! Zum Heder könnten wir, wir haben wahrscheinlich wieder mittlerweile sehr, sehr viel Zeug zum Verkaufen. Ich würde gern zum Büchsenmacher gehen. Was auch super ärgerlich ist, ich habe ja vorhin Dietrich gekauft und dass wir jetzt einen Dietrich auch einfach so kriegen in der Mission. Och, weiter. Opern sind schön. Gesang allgemein. Es gibt halt sehr, sehr coole Sachen. Ah, hier kann ich überhaupt keine mehr. Blöd. Ja gut, die Hasenjagd bringt ja eh nichts. Das stimmt. Moin, moin! Mhm, mhm, mhm. Edle Schönheiten-Bild 4. Oh, dieser kleine Goldbarren, ne? Der ist mir so sympathisch eigentlich. So, die goldene Taschen nur verkaufe ich. Ich behalte... Ich behalte... Ich behalte den goldenen Goldbarren. Also den... Wow. Ich bin still. 400 Dollar reicht ohnehin erstmal. Und sich hier beim Büchsenmacher ordentlich was zu holen. Ja, wo wir vorhin beim Thema waren, ich bin mir auch ziemlich sicher für die meisten jungen Leute ist das Tempo eh viel zu niedrig. Das merkt man daran, wie oft gesagt wird, oh langweilig, boah mach mal was cooles, boah, keine Action, keine Ahnung was. So ist das Leben halt nun mal als Cowboy. Du bist nicht irgendwie 24 Stunden lang rumgeritten und hast permanent Leute erschossen. Gab auch etwas ruhigere Momente. Oh. Hm? Wie viel Schuss hat die denn bitte? Ein Repetiergewehr für die ganze Familie. Wow. Das perfekte Vater-Sohn-Gewehr für alle ab 5 Jahren. Nice. Ja, ich hab keine Ahnung warum Amerika das Land mit den meisten Amokläufen und so ist, ne? Keine Ahnung, kann ich mir überhaupt nicht erklären Leute. Wirklich. Das Springfield-Gewehr. Im Besitz. Ja. Feuerrate. Warum gibt's Waffen... Warte mal, da war irgendwas mit... Egal. Es gibt sogar eine geringere Feuerrate. Ja gut, das Rolling Block-Gewehr. So. Ja gut, die Feuerrate hier ist ganz gut, beim Varmint-Gewehr ist sie aber noch besser. Wie hoch ist der Schaden? Du, ich würd sagen, ich verbessere jetzt mal die Waffe, ne? Ammunition erstmal. Also die gesamte Gestaltung ist halt echt richtig geil. Also es sieht halt wirklich... Die gesamte Präsentation ist richtig, richtig geil gelungen. Aber... Bisschen unübersichtlich ist es halt trotzdem. Beziehungsweise dauert es halt einen Ticken länger, hier alles zu kaufen. So, Pistolen haben wir eh nicht. Stimmt. Ich guck mich mal nach einer Pistole um. Ach, die Volcanic-Pistole. Die gibt's ja auch, ähm... Beziehungsweise die gab's auch im alten Red Dead. Ach, das ist auch hier die einzige Pistole. Alles klar. So, aber wir kaufen weiter Munition ein. Viele Dank, Green. Äh, ja, du kannst alles von vorn schauen beim Streamen. Sollte eigentlich automatisch gehen. Was mich ja freut ist, dass der 24-Stunden-Stream ja jetzt, ähm... dann doch sehr gut... verfügbar ist. Äh, zumindest die ersten vier Stunden. Jetzt dürften wahrscheinlich auch die nächsten... Jetzt dürften wahrscheinlich auch schon die nächsten vier Stunden am Start sein. Ja, und die fünf Minuten kommen dann nochmal vier Stunden. Ja. Manchmal halt nicht darauf beharren, dass man... äh, 1440p oder 4k will, sondern... alles mal in Full-HD hochladen, dann geht's auch. Was ist denn hier los? Boah, der Zug, ey. Ja, aber ich hätte Bock auf, ähm... eine Sache, die wir gleich machen werden. Ich möchte aber nochmal meine Waffe bitte verbessern. Ich bin gespannt, wenn du das testen möchtest. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Um zu Ende. Ja. Ja, aber ich hätte Bock auf, ähm... Oh, ich kann die bei ihm auch reinigen lassen. Schön. Äh, Komponenten. Ja, ich hätte gerne... Weißt du, die Waffe verbessere ich dann doch lieber als das Springfield-Gewehr, weil das Springfield-Gewehr macht mega viel Schaden. Aber wenn man sich das hier mal anschaut, zum einen... mittlerweile... mittlerweile eine gute Reichweite, eine gute Genauigkeit, also eine tolle Genauigkeit. Ähm... Komm. Schön kann sie auch gerne sein. Schutz mach ich nicht drauf, denn... jetzt kommt was anderes. Ja, für alle Leute, die gestern noch nicht dabei waren. Moment, gleich mal. Ich zeig euch gleich mal was cooles. So. Achso, Gravuren erstmal. Ja bitte mal vergrößern, so sieht man ja gar nichts. Schnitzereien. So. Jetzt passt mal drauf auf. Also zum einen, das sieht aus wie das Jägermeister-Logo. Das haben wir schon festgestellt. So. Jetzt aber was cooles. Wir schalten rüber. Und... ich erkenne zumindest für die... ersten Sekunden... das Jägermeister-Logo... noch in diesem Bild wieder. Denn, achtet mal... Sieht man das bei der Waffe? Moment mal. Gehen wir mal zum Springfield-Gewehr zurück. Oder... hatte ich das bei der, oder... Beim Rolling Block hatte ich das. Jawoll. Genau. Schnitzereien. Achtet mal da drauf, wo das Auge ist. Also wo das... wenn man drauf schaut, wo das rechte Auge ist. Da hat der Wolf auch im Fell ein, ähm, Loch. Wo er keine Haare hat. Und dadurch wirkt es halt so, als würde das hier drüber geschnitzt sein über das andere. Oder... schaut mal bei der Masero... also ganz oben, äh... wo der Himmel... wo dieses Gepunktet ist. Sei mal... Sei mal still. Wenn man jetzt drauf schaut, links beim Geweih. Das ist auch einen Ticken ausgeprägter bei der Spitze des Geweihs. Diese... Bepunktung. Das ist halt mega smart einfach umgesetzt. Sodass es einfach sehr sehr ähnlich alles sich sieht. Das ist richtig geil. Das ist so nice. Äh, ja. Auf dem Rücken tragen. Aber die wähle ich auch noch weiter. Denn ich möchte die natürlich weiter dekorieren. Schnitzereien machen wir safe. Komm. Den Adler finde ich nice. Und Lackierung. Schöner Kontrast. Und Munition. Oh, denke ich auch. Ich würde trotzdem gerne noch mal kurz mit ihm quatschen. Ja, es ist halt echt ziemlich krass, wie enorm viel man, äh... Und ich weiß, äh... Ich kaufe gerade relativ wenig Munition für viel Geld, wenn ich... das bis zum Schluss, also bis zum Anschlag mir... alles auffüllen möchte, aber... easy. Kann man Revolver auch so personalisieren? Ja, gucken wir mal. Cattleman Revolver. Wählen. Ja. Kann man. Machen wir mal grad. Boah, alter. Das Ding sieht ja jetzt viel geiler aus. Dekorationen. Metalle. Geschwärzter Stahl. Das ist aber eher braun als schwarz. Gebläuter Stahl sieht eher nach schwarz aus als... geschwärzter Stahl. Gute Munition haben wir maximiert. Gut, Munition haben wir maximiert. Schnitzer reingehen theoretisch auch hier anscheinend. Uh. Skorpion. Puma. Pepperschlange. Ein Hirsch. Der Adler. Der Hirschbock. Ah! Ja, das Maul, dass er aufreißt. Ich nehm mal den Skorpion. Und ich muss ehrlich sagen, so geil finde ich das nicht unbedingt. Also entweder Gold oder halt dunkel. Goldene Waffen sehen einfach verdammt geil aus, ey. Sorry, das muss man einfach mal sagen. Ne, komm, ich nehm mal den geschwärzten Stahl. Oh Mist, ich hab kein Geld mehr. Haha. Nice. Oh, für der Dollar, da kann man sich sicher was schönes beim Büxenmacher holen. Ja, unter anderem so viel, dass du kein Geld mehr hast. Moin Googie. So, grad nochmal was einschmeißen. Moment, hier bitteschön. Nochmal, ich will's sehen. Schade. Alles klar. Von Valentine nach Rhodes in 5 Minuten war vorhin übrigens eine neue Challenge. Das geht. Das dürfte eigentlich gehen. So, aber... Reiten wir mal weiter. Es wär cool, wenn man für das alte Material noch Geld zurückbekommen würde, weil dann hätten wir genug Geld gehabt. Ja. Alter Falter. Ey, Bäume plus Sonne. Das sieht einfach godlike aus. Das ist wirklich... Also wirklich, spätestens bei Red Dead Redemption müssen sich auch, müssen sich auch PC-Spieler überlegen, auch zu einer Konsole zu greifen, glaube ich, oder? Würde ich schon machen. Kann ich dir helfen? Sure. Ich bin supposed to be my business partners here. They... Arranged a meeting, I believe, about some horses. A fellow with a scar... And a mexican. Yes sir. Out by the stables. Thank you. Have a wonderful day now. Gibt's eine Schnellreise-Funktion? Jupp. Ja, Bumble. Ein sehr früher Skorpion. Das ist ein sehr, sehr guter Mann. Wie du. Du kennst mich nicht. Du gehst in dieser Stadt, und du helfenst alle. Und überall, da sind Probleme. Wer bist du? Wie ich sagte. Und hast du mit meinem Partner, Arthur Morgan? Nein. Ich habe mit deinem Sohn, der Sheriff. Okay. Mr. Grey here was saying how he had... Problems with a family. A family of degenerates. Oh well, nobody likes degenerates. Hagener, inbred sons. They ruined this county. They killed my uncle, you know. And that ain't right. Problem is, we can't be seen to get too close. And? We've got gold, Yankee. We've got gold. I ain't no Yankee, friend. I ain't nothing. My daddy came over on the boat from Scotland. I'm Scottish. And the Braithwaites? Goddamn peasants. I don't know. Mongrels. Slave fuckers. All you gotta do is look at them. How much gold? Enough. These are prized horses I'm talking about. Them, they'll get you 5,000. 5,000. 5,000. For horses. Easy. And where do we sell them, these $5,000 horses? Over in Clemens Cove. Fellow over there will run them out of state and give you 50 cents on the dollar. Mister, you got yourself a deal. Just keep us away from this. Publicly, I mean. My sense is we keep all horse rustling away from the public. Go to the stables on the south side of the manor. That's where they keep the thoroughbreds. 5,000 Dollar für Pferde. Ich sag mal so. Unser britisches Pferd hier. Der gute Louis. Der hat ein bisschen weniger gekostet. Ja. Namm doch Jojo. Guten Tag Jojo. Nicht nammend. Und Justus fragt, ob man die ganzen Gebäude betreten kann. Ich glaub nicht alle. Du solltest du die Braithwaite sehen. Hosea und Sean planen auf nach den Braithwaiten. Du hast sie nicht gesehen? Nein, noch nicht. Wenn sie da sind, sie besser auf die Hände zu halten. Wir brauchen das nicht mehr kompliziert als es ist. 5,000 Dollar für horse. Wir haben die falsche Leute alle diese Jahre. Ja. Er weiß nicht was erinnert. Aber wenn wir sogar noch eine dritte davon haben, dann wird es wertvoll sein. Wie werden wir das spielen? Der Ort ist gut gehalten. Also, es gibt keinen Sinn in Blastung in da. Wir machen sie denken, wir sind da, zu kaufen. 3,000 Männer? Du würdest du würdest, wenn du 5,000 Euro betreierst. Wir sollten nach hinten gehen. 4 oder zu viele Fragen. Muss man immer wieder schlafen im Spiel? Nicht unbedingt müssen, aber es bringt ja auf jeden Fall Vorteile im Gameplay. Also, man sollte. Du kannst unter anderem die ganzen Werte links unten, ähm, also abgesehen von den beiden ganz rechts, die beiden ganz rechts sind für das Pferd, aber die linken drei kannst du halt wieder aufladen. Ja, wir waren hier, um zu sehen, über ein paar Hosen? Hosen? Ja, wir hatten, äh, eine Appointment. Mit Mr. Braithwaite, ich glaube. Ja, ich hab' nie gehört überhaupt nicht davon. Unser Partner wollte, ein signifikantes Investments in ein paar Stables hier. Aber, vielleicht sollten wir auch anders schauen. Ist die Wortwahl nicht so ein bisschen wie die von Dr. King Schultz in Django Unchained gewesen? Eine nicht unerhebliche Summe? Warum fühle ich mich so exzessiv Red Dead Redemption 2, weil ich das so gern zocke? Und... Es macht einfach Laune. Mal gucken, ähm, am ersten Tag zehn Stunden spricht, glaube ich, schon für sich. Ja, der Becher. Danke, Mark. Passend zum wilden Westen. All right. I think that's the Stables just up ahead. Heads down. Play cool. We head around the front. Hitch up there. Moving up. All right. All right. Let's hitch up here. Woo. Dammit, ich weiß doch schon mal. Aber, illegal. Let me do the talking. Howdy, Partner. George McRate bringt sie dem Morgen vorbei. Hello there. Can I help you boys? I hope so. Heard you got some horses. We always got horses. Fine horses, I mean. I don't get you, friend. Yeah, you do. Come on. Listen, why don't you get out of here? You, Scarface, and your greaser buddy. Whoa. I don't like officials. We ain't officials. We're connoisseurs. Looking to do some breedings. Come on now, partner. Okay, fine. Follow me. These here's mainly the studs available for purchase or for working. If that's what you're interested in. What is your boys interested in? We represent a famous stable and stud farm from Saratoga. Is that so? Unofficially. Of course. This here's Cerberus. Here you go, boy. Cerberus is a real reliable... Aha, greaser, huh? Okay. Bandana's on. Don't... Nobody recognizes us. Alright, I'll grab the white one in the middle, and you get the other two. No, I'll grab the white one in the middle and you get the other two. Okay. Ob ich eine Kaufempfehlung ausspreche? Ja. Definitiv ist das. Vielen Dank, Jim. Warum lässt er... Warum führt er ihn nicht mehr, wenn ich ihn streichle? Äh, ich hab diesen ganzen... Ich hab diesen ganzen Hof ja schon mal erledigt. Stopp, diese Leute! Stopp! Mehr sind hierher kommen! Aus den Feld! Ah! Watch out by that white wall! Time's up! You want to tie it back? Nice job. Damn! Take one! Go left! Into the field! Na ja, die können doch beide geradeaus reiten, also... Hey, 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 Kleider. Kann ich die nicht beruhigen zwischendurch? Ja, unser Lager ist eh hier in der Nähe. Easy. Das Waffe ist so awesome. Yo! Alright, let's get these horses to Clemens Cove. Quick, before we run into any more trouble. Whoa! You okay there, boy? Shit! One of the stallions is loose! Keep going! I'll get them! An der Stelle sei schon mal angemerkt, wir werden heute Abend, also wir streamen jetzt definitiv weiter. Aber ich werde heute Abend noch mal einen zweiten Stream dann starten. Oh, oh. Komm her, Kleiner. Komm her. Komm her, alles cool. Wir werden heute Abend auf jeden Fall einen zweiten Stream starten. Jetzt geht es aber noch mal rund 40 Minuten weiter. Nur als Info schon mal, ab 20 Uhr gibt es dann den nächsten Red Dead Redemption 2 Stream. Ach aber. Komm jetzt, Kleiner. Bitte nicht eifersüchtig sein. Bitte nicht eifersüchtig sein. Bitte nicht eifersüchtig sein. Hey Morgan! Over here! You got him! Well done! Clemens Cove is just over there. Come on! Let's get this over with. Well, that could have gone smoother. That'll be on my Gravestone. Gott, ist das schwarze Pferd aber schön, ne? Das sieht echt cool aus. Don't they look like they're paying five thousand for horses? I guess we'll see. What you boys want? Heard you was, uh... Heard you paid good prices for horses. Oh, we'll buy more or less anything, Pop. That so? Sure, Pop. I'm Clay Davies. That's my brother Clive. We're twins. John. Arthur. Javier. Javier. So what are you? Cuban? No, I don't like Cubans. That so? Well, maybe. Why, what do you care? You ain't Cuban. Maybe I like Cubans. Ooh, you're funny. He's funny. Ain't he funny, Clive? Clive don't talk. We're twins, but I was born first. He came out all yellow and black, but he's okay. Sure. Yeah, I know these horses. They ain't yours, but I like you, and I'll give you... I'd give you $650 for them. Okay. I was told we could get up to $5,000 for them. And I was told the boon was made of ladies' tears. Only it ain't true. Not one little bit. But... I like you boys, but I ain't got more than $700 on me. You want it, or you want to ride them fellers into town, and maybe someone there will hang you. We're gonna need more than that. I ain't got no more money, Pop. Here, take it, or leave it. Uh-huh. Alright. You goddamn fool, Marston. Ain't no one around here got $5,000, boys. But nice meeting you. See you boys again, I hope. Come on. Yeah. Close the gate, Clive. Das wird doch wenigstens die Wahl. Ich hätte die Pferde behalten. Warum? Ja. So viel dazu, dass, äh, wir von Verbrechern zu Verbrechern gegangen sind, quasi. Töte den Stallburschen, der dir die Pferde zeigt. Fange den Hengst innerhalb von 10 Sekunden und lande 5 Kopfschl. Ja, gut. Easy. Könnte man easy nochmal wiederholen. Clay und Clive, ey. Wir können Pferde verkaufen. Für gekaufte Pferde zahlen sie weniger, für gestohlene Pferde. Was ist mit zugerittenen Pferden? Guck mal, der sieht zum Beispiel sehr cool aus. Was bist denn du für einer? Wie viel Prozent haben wir? Das ist ein Morgan. Lichtfuchs. Wie Farbe passt überhaupt, also, der Name passt überhaupt nicht zur Farbe. Eine gute Frage. Wie viel Prozent Spielfortschritt haben wir eigentlich? Machen wir mal nach. Ach, nur 37 Prozent. Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn es so weitergeht, habe ich das Spiel echt in der Woche zu 100 Prozent durch. Mal schauen. Ja, aber ein bisschen blöd, dass sie uns veräppelt haben, ne? Ich würde sagen, Rache, Leute. Machen wir mal. Dass die es auch überhaupt nicht erkennen, dass wir gerade ausgeraubt haben. Mal wieder. Pferdehehler. Ich finde aber die Einteilung auch ziemlich cool. Also, von was ist legal und was ist nicht legal. Hier könnte man Kopfgeldjagd machen. Weiterer Steckbrief. Hier kannst du schnell reisen. Und in der Stadt gibt es einen Stall. Und wir könnten die Challenge machen, dass wir innerhalb von fünf Minuten nach Rhodes kommen. Andererseits hätte ich echt mal Bock, jemanden zu fesseln und ihn auf die Zugreise zu legen. Aber, dafür muss ich erstmal meine Felle loswerden. Oder zumindest das große Fell. Jetzt kann ich spenden. Nice. Äh, ja. Erstmal schön viel spenden, ne? Moin, moin. Welchen Teil finde ich besser? Was genau meinst du, James Bond? Ob Red Dead Redemption 1 oder 2? Ich muss ehrlich sagen, oh, oh, nein, 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 hey, kleiner, 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 kleiner. Oh, du wirst angebunden. Bitte bleib hier bei den anderen Pferden. Okay, boy. Ja. Echt, hat er sich beschwert? Ich hab da gar nicht genau hingeschaut. Wow. Schade, dass man im Lager die Schrotflinte dich rausholen kann, ne? Hau auf ein anderes Pferd. Wenn du wüsstest, was wir für ein Pferd haben, würdest du das nicht sagen. You gotta help me out here. Come on, please. I'm about done here. If I don't get these shackles off soon, I'm gone. Please. Hey. God damn. Oh, thank God. Oh, what I have waited to hear the- What the hell? Hey. Komm zurück. Ich will ne Belohnung. Jawohl, der rennt auch schon zu den Gleisen. Ah, good Lord. Weil ich ne Belohnung von dir wollte. Und du hast mir nix gegeben. Jetzt gibst du mir ne Belohnung. 1 Cent. Ich sag mal so. Red Dead Redemption 1 ist halt auch mega geil. Aber das sind zwei Spiele von nem ganz anderen Kalil. Red Dead Redemption 2 ist so viel detaillierter in vielerlei Hinsicht. Okay. 50 Euro Wette, dass das Dukis-Rate ist. Also wenn jetzt sich einer fragt, warum ich einen Sträfling hinten drauf habe und dann als Zeuge dienen will, dann wird er verkloppt. cool, man hört mich. Gibt's Indianer? Jawohl. Zumindest hier und da äh, gibt's sie. Hört dich und Greenscreen ist unsichtbar. Das ist sowas von Duki. Ja, hier Fortnite-Game erzählen. Das klingt nach Leuten aus Dukis Community, eindeutig. Das klingt nach Leuten aus Dukis Community, eindeutig. Dukis Community, eindeutig. Ah! Dosengemüse kann ich nicht mehr mitnehmen. Bauwerk untersuchen, was? Aha, ja schön, dass sich so viele neue Leute hier eingefunden haben, wenn ihr mögt, lasst gerne ein Däumchen nach oben da und auch gerne ein Abo, denn wir sind kurz davor die 92k zu knacken. Oh, jetzt natürlich die Frage, von wo aus kommt der Zug? Es kann es ja nicht sein, dass sobald ich die Gleise entlang reite, dass da überhaupt kein Zug mehr kommt. Das nächste Pferd ist Wurstbrot. Mal gucken, was das für eins ist. Bis jetzt hat der Name immer zu der Rasse gepasst. Das englische Pferd war Louis. Das ist auch noch ein Rennpferd. Und das ungarische, das wir kurz genutzt haben, war Daniel. Und morgan war Dexter. Dexter war ein morgan. All right, let's go. Ja, komm schon. Das ist ein Lager. Gutes Lager ist weiter entfernt als gedacht. Oh, warte mal, sind wir kurz vor... Ja, Tatsache, wir sind bald bei Valentine angelangt. Gut, hat das fünf Minuten gedauert oder weniger als fünf Minuten? In fünf Minuten nach Rhodes und das passt. So. Warten jetzt noch mal einen Moment. Und ich gönne mir jetzt mal nicht Lasagne, während wir auf den Zug warten, sondern Salat. Ach. Amik. Komm. Komm. Dann bist du so schön. Und du kannst du wochen, was ich, dass du hier schon Professor gel pathet wurde? Wo ist der Sträfling? Nö, heute normaler Salat, Bumble. Ja, Tintenfischsalat ist eine gute Idee. Ruhig mir mal später eventuell. Tintenfischsalat schmeckt echt super. Ich hätte nie gedacht, dass ich das so geil finde, aber... Von geil. Oh, das ist schon wieder der. Nee, lass mal stecken, Kumpel. Den habe ich gekillt. Okay, ich gehe mal hier in den Stall. Vielleicht kann man da ja noch ein neues Pferd abholen. Denn das Streitrost, so hieß es, kann man irgendwo im Stall abholen. Und ich weiß nicht mehr genau, bei welchem Stall. Es hieß beim ersten. Und der erste war jetzt, glaube ich, den Valentine, den wir besucht haben. Okay, geh einfach weg. Verletz meine Gefühle. What? Boom, 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 moment mal. Moment. Tatsache. Schwarz geschecktes Vollblut. Genau dasselbe Pferd, was ich mir vorhin gekauft habe. Nur halt schwarz. Ähm. Ja, Sesamöl passt zum Tintenfischsalat nicht so wirklich. Passt zu anderen Sachen geil, aber... Ja, schade. Wäre eigentlich das... Wäre eigentlich das Pferd gewesen. Hätte ich mir auch nicht Kohle sparen können. Aber hey, Luis, was geht. Dann bleiben wir bei dem. Oh. Ja, sorry. Just relax. Ja. Na gut, dann halt nicht. Aber innerhalb von fünf Minuten jetzt nach Rhodes gehen. Das geht doch safe. So, ab geht's. Ich setze mir mal das als Ziel. Ja, und dann einfach... Gut, auf dem Weg reiten ist auch nicht so schlimm, ne? Das geht schon alles klar. So, aber ich geb dir nochmal was zu füttern, Luis. Und dann geht das alles ein bisschen flotter. Kann er sich besser regenerieren. So, ich gucke auf die Uhr. 3,39 habe ich auf der Stream-Uhr stehen. Das Haltstuch machst du nicht selbstständig. Dammit, falscher Weg. Okay, ich sollte auf die Karte gucken. Was bedeutet Dead Eye? Dead Eye ist folgendes. Okay, gut, ich kann jetzt meine... Dead Eye ist das hier. Rechten Stick reindrücken und dann hast du den Effekt aktiviert. Das ist ein Logo in der Mitte hier. Das... Ja, tote Auge halt. Passt perfekt. Ja, das wäre die nächste Challenge in Reitkunst. Vielleicht können wir uns bald die ganzen Outfits und so holen von Reitkunst. Das wäre nice. Ja, wir sind schon etwa anderthalb Minuten unterwegs. Mal kurz auf den Fortschritt gucken. Oh, wird eng, ne? Aber wir haben noch ein paar Reserven. Ja. Untertitelung. BR 2018 Alles cool, Kleiner. Wir sind gleich da. Och Kai, schauen wir mal. Allerspätestens zum nächsten Wochenende habe ich es durch. Wenn ich mir ein bisschen Zeit lasse noch. Das Spiel ist zu schön, als dass man es einfach durchspielen sollte. Ja. 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 Wir haben etwa vier Minuten gleich durch. Das wird echt eng. Wir haben es schon einigermaßen knapp beim Messen, ne? Ja gut, ich bin zweimal ins Pause-Menü gegangen, aber... Jetzt ein bisschen flotter. Ja, also manchen Indianern begegnet man auf jeden Fall zwischendurch. Aber ob es die jetzt so als eigene Partei oder so gibt, weiß ich noch nicht. So, Endspurt. Ja. Nice! Nice! Huh! Ist hier ein Opfer vom Pferd aus? Oh, das ist so gemein. Oh, ich habe irgendwas zu mir genommen, ohne zu. Dosenbeiß, nice, ja. Nice. Ja, das ist mal eine Aufgabe, die ich gerne mag. Ja, denke ich auch, Kai. Ja, vor allem das Spiel ist auch so schön, das sollte man nicht zack, 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 schnell durchspielen. Ein bisschen was hier und da kann man auf jeden Fall auch entdecken. Und es braucht Laune. Die sind zu zweit. Das ist so assi. Zurecht verliere ich da. Der ist schon tot. Aber zählt das trotzdem weiter? 3.300 Fuß sind, glaube ich, drei Kilometer, oder? Alter, wie unfassbar viele Hirsche gibt es denn hier bitte? Wie nice ist das denn? 1,1 Kilometer. Sollten wir bald erreicht haben. Ansonsten heißt es, dass er lebendig sein muss. Gott, 1,1 Kilometer im lebendigen Zustand, ey. Nice. Ciao. Weiß, es ist ein bisschen assi, aber zertrample mit einem Pferd, fünf Tiere. Oh. Das passiert automatisiert, aber die nächste Aufgabe ist, zertrample mit deinem Pferd fünf Bäume. Was ich zum Thema Kopf abschießen sage. Was ist denn bei Red Dead Redemption so viel toller beim Kopf abschießen als in anderen Spielen? Dieser Zeitlupen-Effekt, oder was? Weiß nicht. Ich finde die unsinnig eigentlich. Wenn die nichts spielerisch bieten, muss nicht sein. Meins. Kommt die Bedeutung, da hat sich was totgeritten ja schon der Ausdruck eine ganz neue Bedeutung. Gott, ich bin fast schon egal. So. Das war ein perfekter Treffer. Hinter K18 hatte man die Kilometer nach 50 Sekunden. Schlechtes Hirschfell. Ich fass es nicht. So, brauche ich nicht. Weg damit. Okay, boy. Ja. Mann, ey. Warum? Können wir noch eine Mission annehmen? Ansonsten könnte ich noch mein... Ich könnte eigentlich Louis verkaufen und ein anderes Pferd nehmen, ne? Das wäre ja eine Überlegung. Oder wir machen noch eine Angelmission. Ich glaube, die geht flott. Echt? Seit zwei Wochen keine Patches mehr? Ja gut, aber die haben so viel gepatcht. Ich glaube, das meiste haben die da behoben schon. Ja, weißt du, Dakar 18 viele Leute beschweren sich ja, aber... Ich finde es in Ordnung. So wie es... Gut, abgesehen von der Physik. Da müsste sich auf jeden Fall noch mal was ändern. Ich werde es auf jeden Fall demnächst noch mal anpacken, Dakar 18. Da habe ich Bock drauf. Hi, Partner. Ich werde es auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall. Ich werde es Oder auf jeden Fall nach Komo Driscoll. Natürlich nicht. Ich war's schrecklich. Das ist sehr lustig. Ja, das ist sehr lustig. Ich habe es geholfen, und jetzt du mich schraubst. Ho, ho! Shut up. Du willst auf jeden Fall mit mir? Ich finde ein interessanter Spot. Das würde gut sein. Ich bin nicht ein guter Fischermann. Aber ich bin. Ja, kommt so ein entspannter Ausklang aus der Folge, ne? Okay, am 19.10. kam doch noch ein Patch. Jo, ich würde es wahrscheinlich trotzdem noch mal anzocken. Mit oder ohne Patch. Wollen wir ein Wettrennen dahin machen? Na los. Ja. 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 Mit dem Lenkrad? Ja, ich weiß nicht, ob ich das bei einem LKW mit dem Lenkrad zocken möchte, aber... Vor allem da musst du... Ich glaube, ich brauche die gesamte Denkkapazität da einfach oder die gesamte Kapazität meiner geistigen Fähigkeit da in meinem Kopf statt auch in meinen Armen. Ja. 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 Was in the world? Arthur, are you seeing this? The fella's naked as a jaybird. Is that why you like this spot? There's somebody who needs to go to confession. Hey, watch the line. Oh, hey. I nearly gulped down a minnow. Sorry, fellas. Didn't see you there. Why don't you take a break? Come on in. The water's wonderful. Why don't you get the hell out of here before we hook that maggot to yours and see what really bites? Well, aren't you just perfect charmers? Good day to you, then. Let's try our luck somewhere else. I know another spot where hopefully we won't be interrupted. Sounds perfect for the drowning. Very funny. Come on, let's go. Hey, wait up! Toller Spot. Wirklich toller Spot. Der Wahnsinn. Son of a bitch! Ich kenne einen tollen Spot. Der geht irgendwo ans Ufer. Da war kein einziger Fisch. Außer ihr. Da ist einer. Da ist ein Fisch. Ich muss sagen, Arthur Morgan ist mir sehr sympathisch. Ich hatte schon mal ein bisschen überlegt, würde ich außer John Marston irgendeinen Hauptcharakter akzeptieren in Red Dead, aber ja. Maybe you can catch Fisch like that with bread and cheese, but you never know. We might get lucky. Guess we'll see. So who taught you how to fish? My Pappy mostly. I lost my Mammy and Pappy when I was young to cholera. Your Mammy? Like I said, I was real young. After that I was on my own pretty much, but I knew Horses and Fishing. Well, just think now you'll never be alone again. Did you hook him, the big one? I don't know. It don't feel like much of a fighter. Not bad, but it ain't the one we saw jump out of the water. 226 Gramm. Hat der eine da aus dem Wasser gesprungen? Es war hier hinten irgendwo. Ja, Würmer eignen sich hervorragend, um größere Fische zu fangen, die 200 Gramm schwer sind. See? Look at this. Life ain't so bad. At least you ain't tied to a tree. I'm still a prisoner, Arthur. I can't step outside camp by myself for a second without being terrified of one of Combs' boys gonna come pick me up. When I'm in camp, I got Bill and Sadie whispering in my ear all the time they're gonna kill me in my sleep. Like living in a nightmare. Christ. If I'd known you were gonna moan this much, I'd never have said yes to this. Alter, warum wirft der... So wahnsinnig kurz. scheinbar RT, äh, R2 länger gedrückt halten. Jawohl, Leute. Vielen, vielen Dank für fast 300 Däumchen an der Stelle schon mal. und vielen Dank auch für die ganzen Abos, die rausgehen. Wir sind schon bei fast 92 1000. Kann man die Immobilien kaufen? Ich glaube nicht. Nee. Wie viel wiegt der jetzt? 215. 425. Oh. Oh. Ach, Angeln. Verbessert auch das Leben. Nice. Das ist perfekt. Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir brauchen besser. Wir brauchen besser. Du möchtest sehen, ob die Stores hier das Beste sellen. Ich glaube nicht. ich gehe nach Camp Arthur, wenn das okay. Sure. Ich gehe nach. Ich will nach. Ich will nach. Nein. Ja, Mist. Noch einmal versuchen. Ja, ich glaube nicht, dass es der ganz Große ist. Doch, Mann, der ist groß. 1,9 Kilogramm. Hohohoho. Nice. Geiles Teil. Ja, easy. Ähm, ja. Jetzt sind wir hier fertig mit dem Angeln oder wat? Oder geht die Mission noch weiter? Ja, whatever. War auf jeden Fall eine schöne Runde. Ich bedanke mich an alle, die am Start waren. Live, so wie auch später als Video dann. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst dem Video, wie gesagt, gerne ein Däumchen. Don't talk and write. Och, komm schon, Luis. Du kriegst, komm, der kriegt noch ein paar Streicheleinheiten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Ja, ansonsten, wenn ihr nichts verpassen wollt, zu Red Dead, gern auch ein Abo. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Red Dead Redemption. Und wie oft wir da gegen einen Baum knallen werden. Tja, sehen wir mal. Vielen Dank auch an Bumble fürs Modden und vielen Dank auch an Jonas und Chris. Und gestern hatte ich es vergessen, nochmal zusammenzufassen. Dann aber vielen Dank an Jonas, Hacky37, Medazk und Why So Serious für die Donations. Wir sehen uns dann später um 8 Uhr wieder. Ähm, ja, bis heute Abend. Und habt ansonsten noch einen schönen Tag. Bis dahin. Okay, boy.